Diplom Psychologe Rainer Franke Ingrid Schlieske Klopfen Sie sich frei! m.e.t Meridian Energietechniken Liebe Leserin, lieber Leser! Wir haben dieses Buch für Sie geschrieben, weil es uns ein Herzensanliegen ist, Ihnen die Meridian Energietechniken m.e.t Mord zu Stellen Mit dieser Methode lassen sich emotionale Probleme wie Schuldgefühle, Ängste, Ärger, Kummer, Sorgen, Traumen, Wut, Enttäuschungen, Bitterkeit, Eifersucht, Liebeskummer und Einsamkeit auflösen. Sie können genau die Lasten abwerfen, die Sie vielleicht ein Leben lang auf den Schultern und auf der Seele getragen haben. Damit kann der Weg frei sein für körperliche Gesundung und ein schönes, vitales, unbeschwertes Leben. Es soll jedoch keineswegs der Eindruck erweckt werden, dass unser Blick einen Ersatz für qualifizierte psychologische Unterstützung bei ernsthaften Lebensthemen darstellen will. Dafür empfehlen wir erfahrene Diplom-Psykologen, besonders aber solche, die M.e.t Praktizieren Dennoch eignet sich M.e.t Wegen seiner Einfachheit auch besonders gut zur Selbstanwendung. Jeder kann sich überall und zu jeder Zeit beklopfen und die Verantwortung für sein persönliches Wohlergehen buchstäblich selbst in die Hand nehmen. An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei Regina Franke, Dr. Michael Kosak und Conny Fies bedanken. Durch ihre Mitarbeit an diesem Buch machen sie uns und den Lesern auch ihre Erfahrungen mit den meridieren Energietechniken aus der eigenen Praxis zugänglich. Wir wünschen nun jedem von Ihnen genau die wunderbaren Erfahrungen mit M.e.t Wie wir sie auch selbst machen durften. Fangen Sie nach der Lektüre des Buches einfach an, sich zu beklopfen. Schnell werden Sie feststellen, wie erfolgreich diese Methode ist und das wenige Minuten am Tag schon ausreichen, um dem Leben eine überaus positive Wendung zu geben. Dafür wünschen wir Ihnen einen großartigen Erfolg. Herzlichst Ihre Ingrid Schlesko-Rainer Franke Schluss Aus Ich wollte passen. Nachdem ich seit 1986 als niedergelassener Gestalt-Psychotherapeut gearbeitet hatte und etliche Fortbildungen in NLP, Hypnose und so weiter und zahlreiche Supervisionsstunden absolviert hatte, mit anderen Worten, immens viel Geld investiert hatte, war ich schlussendlich doch in eine Sackgasse geraten. Zudem wurde ich zunehmend unzufriedener mit den mäßigen Erfolgen der Therapie, die sich oftmals über 60, 80 oder 100 Stunden eckige Klammer zu eckige Klammer zu erstreckte. Aufwand und Ergebnis standen in Ich war immer auf der Suche nach einer Therapieform, die den Menschen wirklich und wahrhaftig schnelle und dauerhafte Hilfe brachte. Keine Methode jedoch, die mir bekannt war, erschien mir dafür wirklich wirksam genug, gewiss, das eine oder andere Mal gelang es sicherlich, etwas Licht in ein verdunkeltes Gemüt zu bringen. Endlose Gespräche gingen solchen Erfolgen voraus, quälende Ursachenforschung, die Monate, ja oftmals Jahre dauerte. Ich war dann schon zufrieden, wenn Patienten einigermaßen stabilisiert aus einer solchen Langzeitbehandlung hervorgingen, sodass sie nicht mehr suizidgefährdet waren, sich nicht mehr in so schweren Depressionen gelangen fühlten. Heilung? Nun, Heilung sah in meiner Vorstellung anders aus. Dazu hätte ich gerne erlebt, dass aus einem Tod unglücklichen Menschen ein Strahlen der Glückspiz wurde. Ein solches Ergebnis aber hatte die konservative Psychotherapie nur dann bereit, wenn andere, glückliche Lebensumstände dem Patienten zur Hilfe kamen. Der wirkliche, der absolut durchschlagende Erfolg bei meinen Patienten blieb also nach meiner Einschätzung aus. Nein, so wollte ich nicht weitermachen. Schließlich war ich von meinem 50. Geburtstag nur. Noch zwei Jahre entfernt. Es musste doch noch was anderes geben. Aber was sollte, könnte, müsste kommen. Ich gebe zu, dass ich etwas ratlos war. Dennoch war in mir die unerschütterliche Gewissheit, dass das Schicksal die Lösung für mich schon bereit hielt. Erfüllte Träume. Ich glaube an Wünsche, die sich erfüllen, wenn sie mit in Brunst ausgesprochen werden. Das Unterbewusstsein ist es. Das unbemerkt und abseits der uns bewussten Lebensumstände nach Möglichkeiten sucht, seinem, Menschen behilflich zu sein. Wege werden dafür ausgelotet, für Gunden eingefädelt. Die dann eintreffenden Lieferungen, werden von uns gerne als Zufalle bezeichnet. Genauso ist es auch. Es fällt uns etwas zu, was wir selbst geordert, hatten. Oftmals haben wir eben das vergessen. Dass die Dinge des Lebens aber auf diese Weise funktionieren, beschrieb unser guter, alter Goethe so. Wer niemals ruht, wer mit Herz und Blut, auf Unmögliches sind, der gewinnt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen zuverlässig wirkenden Mechanismus zwar gekannt, ihn aber nie bewusst angewendet. Dennoch ist mein Leben nach eben dieser Gesetzmäßigkeit verlaufen. Ich hatte mir eine glückliche Familie gewünscht mit Kindern, ein Haus auf Mallorca, einen großen Garten, Tiere und meinen Traumberuf. Jedes Mal, wenn sich einer meiner Wünsche wie zufällig erfüllt hatte, räumte ich dem Staunen darüber einen kurzen Moment ein. Denn nichts davon hatte ich bewusst forciert. Immer ergaben sich die Dinge unerwartet und wie von allein. Nun, an einem Wendepunkt in meinem Leben angekommen, erinnerte ich mich an diese oder jene Begebenheit, die im Rückblick betrachtet sich wie bestellt, als Steinchen in das Puzzle fügte. Insofern war ich auch dieses Mal zuversichtlich, dass sich die ersehnte berufliche Veränderung einstellen würde. Im Mai 2001 lernte ich im Rahmen einer beruflichen Fortbildung bei DR. Erkaufmann die Energiefeldtherapie kennen. Die Erfahrung an diesem Wochenende sollte mein weiteres Leben entscheidend verändern. Ich war wie elektrisiert. Und ich wusste gleich, das ist es. Nach diesem Wochenende probierte ich diese Methode zunächst an meiner Familie aus. Es funktionierte bei allen dreien. Aber die Skepsis blieb. Es könnte ja auch alles Zufall sein. Selbst nachdem ich die nächsten 30 Patienten behandelt hatte, kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es funktionierte ausnahmslos bei allen. Ängste, Phobien, Traumen, Golfprobleme, alles löste sich so schnell auf, dass ich es kaum glauben konnte. Diese Erfahrungen bestärkten mich und meine Frau in der Entscheidung, dieses Verfahren in unsere therapeutische Arbeit zu integrieren und außerdem in Seminaren an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Ich vertiefte meine Studien der energetischen Psychologie und veränderte und modifizierte die Energiefeldtherapie und gab ihr dann einen neuen Namen, Maridian Energietechniken. Vor allem begann ich, dieses Verfahren in meiner Praxis bei meinen Patienten anzuwenden. Und das, was mir in all den Vorjahren nicht vergönnt war, wurde nun zum Praxisalltag, die Patienten wurden wirklich und wahrhaftig schnell und dauerhaft von ihren Leiden befreit. Mit anderen Worten, es funktionierte. Zunächst hielt ich die Ergebnisse noch für eine Duplizität der Fälle. Das soll es ja geben. Erfolge treten in Serien auf. Dann aber mussten sie wohl demnächst eintreffen, die Fehler zuhauf. Aber ich darf halte nach intensivster Praxisarbeit sagen, die ergebnislosen Behandlungen belieben aus. Ich behandle jedoch nicht nur meine Patienten. Auch im Leben meiner Familie hat sich alles, einfach alles nochmal zum Positiven gewandelt. Dabei beklopfte ich vor allen Dingen meine eigenen Unzulänglichkeiten, meine Probleme, meine Sorgen, meine Ängste, Energieeinbrüche und Verstimmungen. Meine Frau und ich arbeiteten praktisch alles auf, was jedem von uns oder uns beiden zusammen widerfahren war. Wir rollten unser Leben bis zu den frühesten Erinnerungen auf. Auf diesem Weg kam es zu erstaunlichen Ergebnissen. Seither sind wir andere Menschen, das Leben begegnet uns auf völlig neue Weise. Man war es einfach gewohnt, dass man oft schwer trug an seinem Schicksal, den kleinen Krankheiten, den Enttäuschungen, der Mühsal, der Bitterkeit, dem Alltag eben. Nun aber kommt es uns so vor, als laufen die Dinge wie geölt. Es ist so leicht geworden. Einfach alles. Dafür beklopfen wir unsere Kinder, unsere Freunde, die Eltern und sogar die Tiere. Das alles hat unser Miteinander in eine einzigartige Harmonie gebracht. Nicht immer reicht eine Behandlung aus, um tiefsitzende Blockaden dauerhaft aufzulösen. Manchmal sind mehrere Sitzungen notwendig, um die vielen Aspekte eines Themas Weg zu klopfen. Gerade auch bei körperlichen Leiden oder Schmerzen bedarf es oftmals eines hartnäckigen Beklopfens, bis sich innere Blockaden auflösen, damit der Weg zur Heilung freigemacht wird. Was aber sind eine Handvoll Sitzungen, gegen monale oder jahrelange Behandlungen? Ich kann gar nicht beschreiben, was es in mir auslöst, wenn beispielsweise ein Patient, der Angst vor Menschenansammlungen hatte, nach nur einer Sitzung wieder problemlos in Einkaufhaus geht. Meine Praxiserfahrungen werde ich an anderer Stelle noch ausführlicher schildern, siehe Seite 91 folgende Seiten. Und dabei auch Patienten selbst sprechen lassen. Mein größter Wunsch ist es, diese Methode allen Menschen zugänglich zu machen. Mit den Meridian-Energie-Techniken eröffnet sich eine völlig neue Dimension zum Erreichen von körperlicher und seelisch-geistiger Gesundheit. Wer sie regelmäßig bei sich anwendet, wird feststellen, dass sich auch Angst, Schuldgefühle, Wut, Ärger und Hass dauerhaft auflösen lassen und sich ein Zustand von innerem Frieden einstellt. Dies wird sich selbstverständlich auch im Außen spiegeln. Insofern bedeutet die Anwendung MET, wahre Friedensarbeit zu leisten. Denn der Frieden beginnt bei jedem Einzelnen. In diesem Sinne, klopfen Sie sich frei. Die Schulmedizin Nutzt längst Energie für Heilungen In den ärztlichen Praxen ist sie ja schon, längst etabliert, die energetische Medizin. Selbst ein eingeflechter Schulmediziner wird wohl eine Heilwirkung solcher Behandlungsmethoden nicht mehr ausschließen. Eine der wichtigsten Verfechterinnen der Naturheilkunde ist derzeit die von uns hoch verehrte Frau Dr. Veronika Carstens Sie äußerte sich vor einiger Zeit in einer Sendung des Pfarrers Fliege, die größte medizinische Errungenschaft des letzten Jahrhunderts ist die Homöopathie. Dabei wurden sie vor zwei Jahrzehnten noch verlacht, die kleinen Kügelchen oder Tropfen, in denen kein Wirkstoff mehr nachweisbar war. Man hat es noch im Ohr, darin ist so viel enthalten, wie ein Tropfen im Bodensee aus Machtpunkt 1, nun, die Einstellung dazu hat sich gewandelt. Kaum ein Arzt hat in seinem Medikamentenrepertoire nicht wenigstens einige homöopathische Standardmittel verfügbar, die er erfolgreich in der Patientenbehandlung einsetzt. Damit ist voll anerkannt, dass es nicht allein die wissenschaftlich, abgesegneten Wirksubstanzen sind, die Heilung ermöglichen, sondern auch reine Energie. Nichts anderes ist es nämlich, was hier bei der Heilung eine Rolle spielt. Keine chemische oder physikalische Einwirkung findet statt. Sondern es geht hier um eine bestimmte Botschaft, die dem inneren Heiler, vermittelt wird. Die Homöopathie Ihre Wirkweise beruht allein auf einem Informationsfluss. Je höher die Verdünnung, desto stärker die Heilwirkung, Patenzierung. Patienten und Behandler sind oftmals verblüfft, dass eine einzige Anwendung Krankheiten und Symptome zum Verschwinden bringen kann. Findet der Behandler unter den vielen Mitteln, die dem Kranken entsprechen, das Richtige, so kann die körperliche und seelische Gesundheit sie praktisch über Nacht verbessern. Interessant ist, dass für die Wahl der richtigen homöopathischen Medizin sowohl körperliche Symptome als auch die seelische Befindlichkeit eine Rolle spielen. Es geht hier also nicht um die Diagnose der Ursachen für die Krankheitsentstehung. Bachblüten Die Behandlung mit Blütenessenzen erfolgt nach den Grundsätzen der Homöopathie. Die Auswahl der Mittel jedoch richtet sich nach dem persönlichen Temperament, nach den aktuellen Gefühlen und Eigenschaften des Patienten. Der Begründer Edward Bach ging davon aus, dass zwischen Emotionen, Stress und Krankheit eine enge Beziehung besteht. So ordnete er jedem möglichen Charakter bestimmte Blüten zu, die ihm entsprechen. Dafür entwickelte er 38 Blütenessenzen, die er verabreichte, um negative emotionale Zustände zu lindern. Mit Bachblüten wird eine Vorarbeit geleistet, damit körperliche Gesundung ungestört verlaufen kann. Es handelt sich hier um das Nutzen einer subtilen Energie, die das Harmonisieren von Körper und Seele zur Grundvoraussetzung für Heilung macht. Akupunktur Das Stimulieren von bestimmten Meridianpunkten mit Nadeln wird auch in europäischen Arztpraxen heutzutage vielfach durchgeführt. Es wird zur Schmerzbekämpfung eingesetzt, hat beste Ergebnisse beispielsweise bei Migräne und motorischen Störungen. Auch verlorene Energie lässt sich mit dem Nadeln, wieder zurückerobern. Akupressor Beruht auf ähnlichen Prinzipien wie die Akupunktur. Hier werden spezielle Meridianpunkte massiert. Diese Methode eignet sich hervorragend zur Selbstanwendung und kann bei kleinen Alltagsbeschwerden erfolgreich eingesetzt werden. Japanisches Heilströmen Genau das ist die Entsprechung zu den Meridian-Energie-Techniken. Das blosse Auflegen der Fingerspitzen auf bestimmte Energiepunkte des Körpers ermöglicht einen gezielten Energiefluss, der Heilung, bevorzugt auf körperlicher Ebene, fordert. Diese Technik wird von vielen Therapeuten, zunehmend jedoch auch für die Selbstbehandlung angewendet. Heilen mit Edelsteinen Diese Heilmethode geht auf die Schriften der Heiligen Hildegard von Bingen zurück. Wie aber kann ein Edelstem heilen? Jede Materie schwingt in einer anderen Frequenz. Offenbar findet hier eine Beeinflussung durch passende, Frequenzen statt. Anwender bestätigen beispielsweise eine Beruhigung des Herzens mithilfe von Rosenquartz, Kopfschmerzlinderung mit Amethyst, U, Punkt, V, Punkt, A, Punkt, M. Edelsteine helfen auch dabei. Gemütszustände zu harmonisieren Sie sind bestimmten Organen zugeordnet und können Heilung unterstützen. Reiki Energie kann mittels der Hände oder durch die Kraft der Gedanken bewusst übertragen werden. Dabei spielen Entfernungen keine Rolle. Auch bei Reiki geht es um das Lösen von Blockaden sowie Verstärken und Aktivieren der körpereigenen Heilkräfte. Jede dieser vorgestellten Methoden beruht letztendlich auf Energiearbeit. Energiearbeit Zur Bekämpfung von Krankheiten werden sie zunehmend in der Schulmedizin angewandt. Seltsamerweise aber stößt Energiearbeit in der Psychotherapie teilweise noch auf heftigem Widerstand, zu stark ist der Spezialist, noch verhaftet mit dem alten Therapiesystem des Durchleidens und Durchlebens der negativen emotionalen Erfahrungen, das er für seine Patienten für unerlässlich hält, soll es zu Linderung oder Heilung kommen. Diese Einstellung jedoch dürfte längst überholt sein. Jeder Behandler, ob Psychologe, Arzt, Heilpraktiker oder anderer Therapeut, kann sich selbst sehr schnell von der Wirksamkeit der energetischen Psychologie überzeugen. Die Einfachheit dieser Methode und die Leichtigkeit, mit der Heilerfolge erzielt werden können, mögen verblüffen, an der Seriosität des Behandlungssystems ändern sie nichts. Wer sich nicht von dem Glauben befreien kann, dass Heilung nur über mühevolle Verfahren zu erreichen sei, versäumt hier eine einzigartige Chance, sich respektive seinen Patienten ganzheitliches Wohlbefinden zu sichern. Die Meridian-Energie-Techniken Die Geschichte dieser Methode Das Wissen über Energiebahnen in unseren Körpern ist uralt. Erste Überlieferungen dazu stammen aus China und sind vor über 5000 Jahren aufgezeichnet worden. Besonders in diesem Land hat das Forschen nach ganzheitlichen Zusammenhängen Tradition. Aus dem Wissen um Meridian-Verläufe und die Möglichkeit, bestimmte Meridian-Punkte zu stimulieren, um den Fluss der Lebensenergie zu forcieren, resultieren eine Reihe von Verfahren, die zwischenzeitlich überall in der Welt angewandt werden. Die bekanntesten davon sind Akkupunktur stimulieren von Meridian-Punkten mit Nadeln Akkupressor stimulieren von Meridian-Punkten durch Fingerdruck-Schrägstrich-Massage-Kinesiologie-Diverse-Behandlungsverfahren und Diagnosetechniken. Mithilfe von Muskeltests Touch-For-Hels stimulieren von Energiezonen durch Auflegen der Fingerspitzen Matrass stimulieren von Wirkzonen an Fingern und Händen Heilströmen stimulieren von Energiezonen durch Auflegen der Fingerspitzen. Aber auch bestimmte Massageformen, wie beispielsweise die Thai-Massage, beruhen auf Drucktechniken, mit der Energiezonen des Körpers behandelt werden. Die positive Wirkung der uns vertrauten klassischen Massage, auch kranken Massage, resultiert keineswegs ausschließlich aus dem Lockern von Muskeln, sondern regt vor allem den Fluss der Lebensenergie an. Nach einer Massage fühlt der Behandelte sich ausgesprochen angeregt, oftmals sogar euphorisiert. Ungewohnt erscheint zunächst einmal das Einwirken auf Meridian-Punkte in der klinischen Psychologin wie auch in anderen Zweigen der Psychologie und der Psychotherapie. In den USA allerdings ist die Effektivität solcher Verfahren längst durch empirische Studien nachgewiesen. Basierend auf Erfahrungen mit der Kinesiologie, die zuverlässig Diagnosen bestätigt und hilft, passende Behandlungskonzepte zu erstellen, hat sich besonders in den letzten Jahren die energetische Psychologie etabliert. Studien und Erfahrungen Wichtige Erfahrungen mit energetischer Psychologie dokumentierte der Psychotherapeut Kalahann bereits 1987. Diese wurden durch Veröffentlichungen von Wade 1990, von Leonov 1995 bestätigt. Besonders Demonstrationsstudien von Fickley und Carbonell 1995 und 1997 belegten die Effektivität von t.f.t. Kalahann und anderen vergleichbaren Ansätzen. Dafür waren Forschungen an der Florida State Universität durchgeführt worden. 1999 veröffentlichte Gallo in den USA Schriften über eigene Erfahrungen in seiner psychologischen Praxis, im Laufe der Jahre wurden die gemachten Erfahrungen von verschiedenen Therapeuten zu vereinfachten Verfahren zusammengefasst. Wie bereits erwähnt, erlernte ich Anfang 2001 die Energiefeldtherapie von Dr. Rudolf Kaufmann. Das veränderte meine therapeutische Arbeit grundlegend. Im Laufe der nächsten zwei Jahre studierte ich die gesamte Literatur der energetischen Psychologie und begann, auch mit anderen Techniken aus diesem Bereich erfolgreich zu arbeiten. Durch meine praktische Arbeit und diese Studien konnte ich die Energiefeldtherapie weiterentwickeln und entsprechend verändern. Diesen von mir modifizierten Verfahren gab ich den Namen. Die Methode basiert auf den Erkenntnissen und Ergebnissen anderer energetischer Therapien. Ich bin dankbar, meine Erfahrungen mit m.e.t. In diesem Buch an Sie, lieber Leser, liebe Leserin, weitergeben zu dürfen. Meridian Energietechniken m.e.t. T. Warum sie wirken und wie sie wirken. Jedes Lebewesen unterliegt einem bestimmten energetischen Kontrollsystem oder Management. Um dieses zu Veränderungen zu bewegen, genügt oft ein winziges Signal. Das aber kann, an bestimmten Schaltstellen angebracht, eine Kette von Ereignissen auslösen. Vergleichbar ist dieser Vorgang mit aufgestellten Dominostinnen. Wird nur der erste in einer unendlichen langen Reihe angestoßen, setzt sich das Signal, von Stein zu Stein fort, bis der letzte Stein fällt. Interessant dabei ist, dass es tatsächlich nur einer winzigen Stimulation dafür bedarf. Eine kleine Energiemenge ist also nur nötig, um riesige Veränderungen zu bewirken. Ganz genauso funktionieren die Meridian-Energie-Techniken m.e.t. Durch das sanfte Beklopfen bestimmter Meridian-Punkte werden die vorhandenen Energieblockaden und die dadurch ausgelösten Störungen aufgelöst und die Energie kann wieder frei fließen. Der Verlauf des Therapieerfolges der Meridian-Energie-Techniken geschieht in der Regel in Quantensprüngen. So entspricht es den Praxiserfahrungen, dass ein Patient nach der ersten Behandlung im Durchschnitt den Ausgangsmesswert seines Problems von 10 auf 7 senken kann, 10 gleich extrem großes Problem empfinden, 0 gleich kein Problem empfinden. Die anschließende Verankerung durch die Handrückenserie erniedrigt den Wert weiter auf 4. Eine Wiederholung der Gesamtbehandlung kann dann den Messwert 1 oder 0 erreichen. Warum wirken die Meridian-Energie-Techniken? Die tatsächliche Ursache für jedes emotionale und körperliche Leiden ist eine energetische Blockade in den 14 Meridianen. Die Meridian-Energie-Techniken beseitigen genau diese Blockaden. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den klassischen Therapieverfahren, in denen es um körperliche Symptome oder das Aufarbeiten von traumatischen Erlebnissen geht. Die Meridian-Energie-Techniken sind also eine Heilbehandlung, die wahrhaftig ursächlich wirkt. Die Beweisbarkeit Der Wirkung psychologischer Therapien Die Wirksamkeit psychologischer Therapien lässt sich mit den bisher arterkannten wissenschaftlichen Methoden nicht wirklich belegen. Tatsächlich beruhen die heute angewandten Therapien auf philosophischen Annahmen in Bezug auf menschliche Eigenschaften. Die verschiedenen Behandlungen orientieren sich dabei weitgehend an der klassischen Physik. Für die Entstehung eines psychischen Problems macht man demzufolge einen bestimmten Reiz verantwortlich. Dieser wird durch ein bestimmtes Geschehen ausgelöst. Dadurch kommt es zu einer Gefühlsreaktion. Die therapeutischen Bemühungen, allein die Reize auszuschalten, bringen zumeist nur unbefriedigende Ergebnisse. Geht man jedoch davon aus, dass jedes seelische, aber auch körperliche, Problem eine Störung im Gesamtsystem ist, liegt es nahe, diese Blockade zu beseitigen, da der Auslöser ja nicht ungeschehen zu machen ist. Die sichtbare Welt ist eine unsichtbare Organisation von Energien, schrieb der Physiker Heinz Pagals. Ein Feld, zum Beispiel ein Gedankenfeld, ist eine nicht-materielle Struktur, die eine Wirkung auf alles Materielle hat. Folglich stehen Geist und Materie in unmittelbarem Zusammenhang und haben Einfluss aufeinander. Gelingt es, die Seele zu heilen, gesundet auch der Körper und oftmals auch umgekehrt. Sind die Behandlungserfolge mit den Meridian-Energie-Techniken nur ein Placebo-Effekt? Die Behandlungserfolge mit den Meridian-Energie-Techniken erscheinen vielen Patienten, besonders aber den Therapeuten-Kollegen, so unerklärlich, ja unwirklich, dass sie geneigt sind, diese einem Placebo-Effekt zuzuschreiben. Ein Placebo ist ein pharmakologisch unwirksames Mittel, das beispielsweise in Doppelblind-Studien-Stern einer Vergleichsgruppe verabreicht wird, um die Wirksamkeit bestimmter Medikamente einschätzen zu können. Die Teilnehmer der Vergleichsgruppe glauben eine Wirksubstanz eingenommen zu haben. Bei etwa 37% von ihnen zeigen sich tatsächliche Heilerfolge. Demzufolge ist der Placebo-Effekt eine ernst zunehmende Energie. Er entfaltet seine Wirkung in dem Maße, wie Patienten oder auch Ärzte an die Wirksamkeit dieses Mittels glauben. Auf die Behandlung mit den Meridian-Energie-Techniken jedoch trifft es nicht zu, dass Placebo die Heilung erwirkt. Vielmehr kommen die meisten Patienten voller Skepsis in die Praxis und beginnen die Behandlung, oder auch die Selbstbehandlung, trotz größter Zweifel. Auch der Behandler muss im Übrigen keineswegs an die Wirksamkeit der Methode geglaubt haben, um Heilung zu erzielen. Kalahann beschreibt in seinem Buch den Spuk beenden, VAK Verlag, Freiburg, wie er in einem Seminar einen Skeptiker von einem anderen Skeptiker behandeln ließ. Der skeptische Therapeut löste dabei die schwere Phobie seines skeptischen Patienten in weniger als 5 Minuten auf. Stern-Doppelblind-Studie Konzept, bei dem weder Patient noch Prüfer bzw. Arzt wissen, welcher Wirkstoff verabreicht wird. Psychotherapeuten beobachten solche Erfolge besonders kritisch. Gerne würden Sie diese Heilungen unter Placebo-Effekt verbuchen. Dem allerdings widerspricht, dass jeder, beinahe ohne Ausnahme jeder, durch die Behandlung mit meridian Energietechniken dramatische Verbesserungen seiner Befindlichkeit, in den allermeisten Fällen sogar Heilung erlebt. Das bezieht sich auf den größten Skeptiker genauso wie auf einen gläubigen Patienten. Behandelt man Menschen ohne deren Wissen oder Kinder, Säuglinge, ja sogar Tiere, so wirken die meridian Energietechniken auch hier. Diese Tatsachen allein belegen schon ausreichend, dass die positive Wirkung dieser Technik nicht auf Placebo zurückzuführen ist. Verständlich allerdings ist, dass man einer Methode wie den meridian Energietechniken erst einmal mit größter Vorsicht begegnet. Schließlich reduziert sie Behandlungszeiten von vielen Monaten oder gar Jahren, die erfahrungsgemäß mit nur mäßigen Heilerfolgen abschlössen, auf zum Teil nur wenige Minuten. Daraus erklärt sich die Überlegung, irgendwie kann das nicht mit rechten Dingen vor sich gehen. Es ist das eigene Erleben, das überzeugt. Und wer heilt, hat Recht, das gilt auch hierfür. Denn wer sich durch diese eindrucksvolle Technik von Lebenslasten befreien konnte, nutzt die neuen Möglichkeiten, um alle Steine wegzuschaufeln, die noch im Wege liegen, und fragt nicht lange, ob denn wirklich sein darf, was eigentlich nicht sein kann. Jedenfalls nicht im Sinne der heutigen wissenschaftlichen Beweisführung. Wer als Therapeut aber täglich erlebt, wie echte Hilfe für seine Patienten aussehen kann, der sucht spätestens beim fünften Fall nicht mehr nach anderen Erklärungen für die Wirkung seiner Behandlung. Der Placebo-Effekt ist unbestritten eine willkommene Energie, die für Heilung eingesetzt werden kann. Bei der Erfolgsquote von bis zu 90% jedoch, die sich tagtäglich bei unzähligen Patienten bestätigt, hat sie gewiss keinen Anteil am Ergebnis der Behandlungen mit den meridieren Energietechniken. Auflösen. Statt zu überlagern, zu seinen Problemen stehen. Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein sind zwei völlig verschiedene Seelen in unserer Brust. Das Bewusstsein lässt sie mit Vernunft und Willen steuern, das Unterbewusstsein hingegen reagiert auf einfache Bilder und bestimmte Formulierungen. Um negative Emotionen, die mit einem Problem verbunden sind, auflösen zu können, ist es wichtig, den negativen Zustand erst einmal zur Gänze anzuerkennen. Ein Alkoholiker muss sich demnach bereit finden, klar und deutlich zu sagen, ich bin ein Alkoholiker. Erst dann hat er Aussicht auf einen Therapieerfolg. Wie wir wissen, fällt ihm jedoch genau dieses Bekenntnis sehr schwer. Ist doch eine Suchtvergangenheit überlagert von Lebenslügen, Beschwichtigungen, Verschleierungen, Verheimlichungen und Angst vor der nackten Wahrheit. Es ist also eine Blockade vorhanden, die erst einmal beseitigt werden muss. So ist auch bei der Behandlung mit MET die Voraussetzung für rasche Heilung die bedingungslose Anerkenntnis des Problems und die Bereitschaft, dieses durch Positivformulierung in Selbstliebe umzuwandeln. Beide Aspekte sind in folgender Beispielformulierung vorhanden. Obwohl ich eine Heidenangst vor der Prüfung habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mit dem intensiven Denken an das Problem wird ein Gedankenfeld aufgebaut. Dieses ist objektiv nicht messbar. Kann jedoch, je nach subjektiver Einschätzung des Patienten auf der Skala, heftige Reaktionen wie Angstgefühle, Herzrasen und Schweißausbrüche auslösen. Durch ständige Wiederholung der Formulierungen wird dieses Gedankenfeld aufrechterhalten und die Verbindung zu der Blockade hergestellt. Diese kann durch das Beklopfen der Meridianpunkte aufgelöst werden. Das Unterbewusstsein allerdings spricht nur auf die richtigen, Formulierungen an, die Gärmützerregungen auslösen. Vor Beginn der Behandlung ist es deshalb wichtig, das wirkliche Problem zu erkennen und es genau zu benennen. Beispiel Ich habe Angst vor dem Fliegen. Keine Reaktion, stattdessen. Ich habe Angst davor, dass das Flugzeug abstürzt. Messbarer Behandlungserfolg Es geht hier also nicht um Affirmationen, in denen Positivformulierungen die blockierenden Glaubenssätze ersetzen oder sie überlagern. Die Meridian-Energie-Techniken lösen viel mehr Blockaden auf, die durch Ereignisse oder Verletzungen aus der Vergangenheit entstanden sind und den Fluss der Lebensenergie unterbrechen. Ziemlich wirkungslos hingegen ist es nach allen Erfahrungen, für das Erreichen des Ziels ausschließlich den Willen und die Disziplin einzusetzen. Hiermit sind in den allermeisten Fällen nur kurzfristige Erfolge möglich. Meridianne Energiebahnen durchziehen den ganzen Körper 5000 Jahre alt ist das überlieferte Wissen der Chinesen um Energiebahnen, die sich unter der Hautoberfläche eines Menschen entlangziehen. Durch diese fließt das Qi, also die Lebensenergie, die alle Körperfunktionen belebt. Jede dieser Bahnen ist einem Organ und speziellen Empfindungen zugeordnet. Bestimmte Schaltstellen, verknüpfen diese Linien. Niemand hat diese Meridianne, wie die Energiebahnen genannt werden, je gesehen. Aber wer hat hier Strom zu Gesicht bekommen? Hier wie dort jedoch lässt sich ihr Vorhandensein messen. Das Interessante an der Lehre von den Meridianen ist, dass alle Körperfunktionen voneinander abhängen und zusammenspielen. Die farnöstliche Schrägstrich asiatische Medizin setzt genau aus diesem Grund nicht auf die Behandlung von Einzelsymptomen. Der Mensch muss bei einer Diagnose und beim Erstellen des Behandlungskonzeptes als Ganzes betrachtet werden. So spielt die seelische Befindlichkeit eine genauso wichtige Rolle wie die Verdauungsfunktion oder diverse andere Beschwerden, wenn der Patient beispielsweise nur, über Rückenschmerzen klagt. Akupunkturpunkte befinden sich auf den Meridianverläufen oder auf den Schaltstellen, derselben. Durch mechanische Einwirkung kann der Energiefluss stimuliert werden, kann die Richtung verändert werden oder Freischaltung, erfolgen. Das gesamte Organsystem wird auf diese Weise beeinflusst, aber auch im Gemüt lassen sich grundlegende Veränderungen erzielen. Nach genau diesem Prinzip funktionieren auch die Meridianenergie-Techniken. Es sind ganz bestimmte Meridianpunkte, die durch Beklopfen stimuliert werden, damit dazugehörige Energiebahnen freigegeben werden können. Vier Segmente gleich einer Behandlung Eine Gesamtbehandlung umfasst vier Schritte. Erstens das Thymusklopfen unter 10- bis 12-maliger Wiederholung einer Motivationsformel wird die Thymusdrüse. Im 3-4-Takt beklopft, siehe Thymusklopfen, Seite 52. Zweitens der heilende Punkt dieser wird laufend im Kreise gerieben oder massiert, während dreimal der Vorbereitungssatz gesprochen wird. Siehe Vorbereiten, Seite 35. Drittens die 13 Hauptpunkte bilden das eigentliche Behandlungssegment. Jeder von ihnen wird in der Reihenfolge 1 bis 13 jeweils 8-mal beklopft, während der Behandlungssatz fortlaufend wiederholt wird. Siehe Behandlungspunkte, A Seite 29. Viertens die Handrückenserie ohne verbale Unterstützung wird der Handrückenpunkt laufend beklopft. Die Augen führen dabei eine vorgegebene Abfolge von Blickrichtungen durch. Während dieser wird nach Anleitung abwechselnd rückwärts gezählt sowie gesoomt. Siehe Verankern, Seite 37. Damit ist gewährleistet, dass jeder der Meridiane in das Behandlungskonzept einbezogen ist. Auf diese Weise können unterschiedliche Probleme abgedeckt werden. Patienten oder auch Selbstanwender staunen oftmals darüber, dass sie eigentlich ein einziges Angstproblem oder nur ein Trauma behandelt hatten. Wenige Wochen später stellten sie dann fest, dass auch die Schmerzen im Knie verschwunden waren und der Magen nicht mehr so empfindlich reagierte. Ein leichteres Verständnis für diese Zusammenhänge ermöglichen die nachfolgenden Seiten. Auf ihnen ist verdeutlicht, wie weitreichend jede Behandlung mit den Meridian-Energie-Techniken eine positive Umkehr bewirken kann. Die dargestellten Abhängigkeiten lassen vermuten, dass es müssig ist, Einzelbeschwerden heilen zu wollen, ohne das Gesamtsystem zu berücksichtigen. Die nachfolgenden Seiten machen deutlich, welches Organ mit welcher Seelenlage oder Charaktereigenschaft in Verbindung steht. Meridian-Punkte Und ihre körperlichen und seelischen Entsprechungen. Nach Diamond Die verschiedenen Meridian-Verläufe sind jeweils bestimmten Organen zugeordnet, für deren Energieversorgung sie zuständig sind. Jedes Organ und damit jeder dazugehörige Meridian entspricht aber auch bestimmten Gefühlen wie Hass, Angst, Wut, Eifersucht etc. Mit den Meridian-Punkten, die bei der Anwendung von M.E.T. beklopft werden, wird gezielt eine direkte Wirkung auf die körperlichen sowie seelischen Befindlichkeiten eines Menschen ausgeübt. Lage Auf dem Brustbein, 7 cm unter der Halsgrübe Organische Entsprechung bzw. Meridian Thymusdrüse Seelische Negativauswirkung Schwach bei Schicksalsschlägen Angst, Hass, Neid Positive Umkehr Glaube, Vertrauen, Mut Willensstärke Lage 10 cm unterhalb der Halsgrube Und im rechten Winkel 10 cm seitlich Organische Entsprechung bzw. Meridian Neurolymphatische Reflex Ausnahme Liegt außerhalb des Meridiansystems Seelische Negativauswirkung Energetische Fehlschaltung verhindert Heilung Positiver Umkehr Energetische Fehlschaltung wird aufgehoben Lage Punkt am Beginn der Augenbraue Innenseite organische Entsprechung bzw. Meridian Blase seelische Negativauswirkung Ruhelosigkeit Ungeduld Frustration positiver Umkehr Frieden Harmonielage Punkt direkt neben dem Auge Lage Punkt am Beginn der Augenbraue Innenseite organische Entsprechung bzw. Meridian Blase seelische Negativauswirkung Ruhelosigkeit Ungeduld Frustration positiver Umkehr Frieden Harmonielage Punkt direkt neben dem Auge Außenseite Organische Entsprechung bzw. Meridian Gallenblase seelische Negativauswirkung Wut Jezorn positiver Umkehr Liebe Vergebung Wertschätzung Lage Punkt direkt unter dem Auge in der Mitte auf dem Knochen organische Entsprechung bzw. Meridian Madenseelische Negativauswirkung Witterkeit Enttäuschung Entbehrung Zu großer Ehrgeiz Übelkeit positiver Umkehr Zufriedenheit Gelassenheit Ruhe Lage Punkt in der Mitte zwischen Nase und Oberlicke Mitte organische Entsprechung bzw. Meridian Leitbahn der Steuerung seelische Negativauswirkung Verlegenheit Schüchternheit Positive Umkehr Sicherheit Offenheit Lage Punkt in der Mitte zwischen Nase und Oberlicke Mitte organische Entsprechung bzw. Meridian Meridian Leitbahn der Steuerung seelische Negativauswirkung Verlegenheit Schüchternheit Positive Umkehr Sicherheit Offenheit Lage Punkt in der Grube unter der Unterlippe Organische Entsprechung bzw. Meridian Aufnehmende Leitbahn Seelische Negativauswirkung Schamgefühl Positive Umkehr Gesunder Stolz Lage Punkt am Beginn des Schlüsselbeines Einen Finger breit seitlich der Halskuhlenmitte Organische Entsprechung bzw. Meridian Niere seelische Negativauswirkung Partnerschaftsprobleme positive Umkehr Harmonische Beziehungen Ruhe Lage Punkt auf der dem Körper zugewandten Seite des Zeigefingernagels in der unteren, rechten Ecke am Nagelfalz organische Entsprechung bzw. Meridian Dickdarm Seelische Negativauswirkung Schuldgefühl Positive Umkehr Gute Selbstwertgefühl Lage Punkt auf der dem Körper zugewandten Seite des Zeigefingernagels in der unteren, rechten Ecke am Nagelfalz organische Entsprechung bzw. Meridian Dickdarm Seelische Negativauswirkung Schuldgefühl Positive Umkehr Gute Selbstwertgefühl Lage Punkt etwa 10 cm unter der Achselhöhle Mittig Mit Fingerspitzenreihe Klopfen Organische Entsprechung bzw. Meridian Milz Pankreas Seelische Negativauswirkung Zukunftsängste Positive Umkehr Sicherheit Glaube Vertrauen Lage Punkt auf der dem Körper zugewandten Seite des Daumennagels in der unteren, rechten Ecke am Nagelfalz Organische Entsprechung bzw. Meridian Lunge Lunge Seelische Negativauswirkung Verachtung Geringschätzung Hochmut Positive Umkehr Demut Dankbarkeit Bescheidenheit Toleranz Lage Punkt auf der obersten Spitze des Mittelfingers Mitte organische Entsprechung bzw. Meridian Kreislauf Sexualität Seelische Negativauswirkung Bedauern Reue Positive Umkehr Loslassen Was vergangen ist Lage Punkt auf der dem Körper zugewandten Seite des kleinen Fingernagels in der unteren rechten Ecke am Nagelfalz Organische Entsprechung bzw. Meridian Herz Seelische Negativauswirkung Zorn Ärger Positive Umkehr Liebe und Vergebung Lage Punkt auf der obersten Spitze des Mittelfingers Mitte organische Entsprechung bzw. Meridian Kreislauf Sexualität Seelische Negativauswirkung Bedauern Reue Positive Umkehr Loslassen Was vergangen ist Lage Punkt auf der dem Körper zugewandten Seite des kleinen Fingernagels in der unteren rechten Ecke am Nagelfalz organische Entsprechung bzw. Meridian Herz Seelische Negativauswirkung Zorn Ärger Positive Umkehr Liebe und Vergebung Lage Auf der Außenkante der Hand am Ende der oberen Handinnenlinie, mit Fingerspitzenreihe die gesamte Handkante beklopfen Organische Entsprechung bzw. Meridian Dünndarm Seelische Negativauswirkung Traurigkeit Kummer Positive Umkehr Freude Glücksgefühl Lage Auf dem obersten Punkt des Mittelscheitels, mit Fingerspitzenreihe den Mittelscheitel beklopfen, organische Entsprechung bzw. Meridian Zusammenfassender Spezialpunkt Lage Auf dem obersten Punkt des Mittelscheitels, mit Fingerspitzenreihe den Mittelscheitel beklopfen, organische Entsprechung bzw. Meridian Zusammenfassender Spezialpunkt Lage zwischen dem kleinen Finger und Ringfinger auf dem Handrücken zwischen den Sehnen, mit der Fingerspitzenreihe den gesamten Spalt beklopfen, organische Entsprechung bzw. Meridian Sammel Meridian Pansetische Negativauswirkung, Depressionen, Verzweiflung, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit positiver Umkehr, Hoffnung, Leichtigkeit, Beschwingtheit, Elanquelle für die Zuordnung der seelischen Auswirkung, John Diamond die heilende Kraft der Emotionen. 1985, Deutsch Ausgabe, 1987 Wichtige Anmerkungen Die abgebildeten Punkte können wahlweise auf der rechten oder linken Körperhälfte behandelt werden. Stern Die Thymusdrüse, TD, gehört nicht zu den Meridian Punkten. Stern Der heilende Punkt, HP, ist ebenfalls kein Meridianpunkt, sondern ein neurolymphatischer Reflexpunkt, der im Gegensatz zu allen Meridianpunkten nicht beklopft, sondern massiert wird. Diese Vorbereitung Apostroph Apostroph dient der Aufhebung einer möglicherweise vorhandenen energetischen Fehlschaltung, siehe Seite 56. Die Behandlung mit den Meridian Energietechniken, M, Punkt, E, Punkt, T In meiner Praxis verwende ich das gleiche Verfahren, dass Sie diesem Buch entnehmen können. Die Erläuterungen dazu will ich so einfach wie möglich halten, sodass sie auf der Stelle anzuwenden sind. Wohlgemerkt handelt es sich hier um das Basiswissen, das sich zur Selbstanwendung eig. Einem erfahrenen Therapeuten oder Arzt behandelt werden. Diesen in Ihrer Nähe zu finden, dabei will ich Ihnen gerne behilflich sein, wenn Sie mich hierzu anschreiben. Adresse siehe Seite 219 Sie selbst aber können für Ihre Gesundheit, Ihre Gemütsverfassung und für Ihre Vitalität viel erreichen, indem Sie auf der Stelle mit dem Beklopfen bestimmter Meridianpunkte beginnen. Das ist tagtäglich nur Minutenarbeit und kann Ihr Leben im positiven Sinn auf den Kopf stellen. Bevor Sie jedoch mit der nachfolgend erläuterten Behandlung beginnen, ist es ratsam, den Körper und die Seele in eine gelassene Stimmung zu bringen. Siehe Seite 50 Balance Behandlungsablauf Erste Einstimmung nennen Sie Ihr Problem beim Namen. Dazu müssen Sie keine mühevollen Formulierungen vornehmen. Sagen Sie einfach und knapp, was Ihnen dazu als erstes einfällt. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass Sie Angst in geschlossenen Räumen haben. So sagen Sie. Ich habe Angst in geschlossenen Räumen. Stimmen Sie sich auf das Thema ein, indem Sie sich den Aufenthalt in einem engen Raum vorstellen. Bestimmen Sie nun auf einer Skala von 0 bis 10 die Höhe der Angst, die Sie dabei empfinden. Dabei würde die 10 den höchsten Grad an Angst messen, 0 bedeutet gar keine Angst. Messwert Skala siehe Seite 41 Nett Probleme, die auf einer großen Anzahl von komplizierten Aspekten basieren, sollten von zweiter Thymusklopfen Diese Methode schließt sich gleich an das Thema Einstimmung, an um den Energiefunktionslevel des Behandelnden zu heben. Dafür wird mit leichter Faust oder mit drei Fingern das obere Drittel des Brustbeins beklopft und zehnmal folgender Satz gesprochen. Ich liebe, glaube, vertraue. Ich bin dankbar und mutig. Genaue Beschreibung Siehe Seite 52 Drittens vorbereiten mit dieser Maßnahme heben Sie vorsorglich eine eventuell bestehende energetische Fehlschaltung durch positive Umkehr auf. Siehe Seite 56 Weil das Gefühl des Nichtverdienthabens, bei fast jedem Menschenblockaden manifestiert, ist es routinemäßig in jedem Behandlungsablauf eingefügt. Ausführliche Erläuterungen zum Thema Siehe Seite 66 Legen Sie Zeige, Mittel und Ringfinger auf den heilenden Punkt, HP Diesen massieren Sie langsam, als würden Sie Creme verreiben, im Uhrzeigersinn und wiederholen währenddessen dreimal, obwohl ich diese Angst in geschlossenen Räumen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Anschließend wiederholen Sie, während Sie weiterhin den HP massieren, dreimal den folgenden Satz. Obwohl ich es nicht verdient habe, diese Angst zu verlieren, hebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Formulierungsbeispiele für Ihre persönlichen Anliegen finden Sie auf den Seiten 72 bis 85. Vierte Behandlung Die Behandlungspunkte werden nun in der bezeichneten Reihenfolge, 1-13, je etwa 10 Mal beklopft. Das Klopfen geschieht mit Zeige oder Mittelfinger, etwa 2 bis 3 Mal pro Sekunde. Es soll nicht wehtun, jedoch deutlich zu spüren sein. Dabei sagen Sie fortwährend, meine Angst in geschlossenen Räumen, meine Angst wird wiederholt, bis alle 13 Punkte beklopft sind. Vierte Behandlung Die Behandlungspunkte werden nun in der bezeichneten Reihenfolge, 1-13, je etwa 10 Mal beklopft. Das Klopfen geschieht mit Zeige oder Mittelfinger, etwa 2 bis 3 Mal pro Sekunde. Es soll nicht wehtun, jedoch deutlich zu spüren sein. Dabei sagen Sie fortwährend, meine Angst in geschlossenen Räumen, meine Angst wird wiederholt, bis alle 13 Punkte beklopft sind. Fünfter Verankern Dazu wird der Handrückenpunkt, hr, zwischen dem 4. und 5. Finger zwischen den Sehnen, fortwährend beklopft. Währenddessen wird die nachfolgende Handrückenserie durchgeführt. Unterbrochener senkrechter Strich Augen geradeaus richten Unterbrochener senkrechter Strich Augen schließen Unterbrochener senkrechter Strich Augen öffnen Unterbrochener senkrechter Strich scharf nach links unten blicken, ohne den Kopf zu bewegen Unterbrochener senkrechter Strich scharf nach rechts unten blicken, ohne den Kopf zu bewegen Unterbrochener senkrechter Strich Augen einmal im Uhrzeigersinn kreisen Unterbrochener senkrechter Strich Augen einmal gegen den Uhrzeigersinn kreisen Unterbrochener senkrechter Strich Wenige Takte einer Melodie Ansummen unterbrochener senkrechter Strich Jetzt die Augen gerade ausrichten Unterbrochener senkrechter Strich Langsam von 7 bis 1 rückwärts zählen Unterbrochener senkrechter Strich Noch einmal die Melodie summen Die Gedanken wieder auf das Problem richten Und erneut den Grad der Angst nach der Skala bestimmen Siehe Seite 41 Ist noch ein Rest Angst übrig So wiederholen Sie die gesamte Behandlung Siehe Folgeseite Je nach Erfordernis einmal oder mehrmals Bis der Skalenwert auf 0 gesunken ist Eine bildliche Zusammenfassung des gesamten Behandlungsablaufs finden Sie auf Seite 39 Wiederholung der Behandlung Die Wiederholung geschieht nach genau dem gleichen Behandlungsmuster Allerdings verändern Sie die dafür verwendeten Formulierungen je nach persönlichem Grad der Angst Einstimmung und Thymusklopfen entfällt Der Vorbereitungssatz Obwohl ich noch immer etwas Angst in geschlossenen Räumen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Der Satz Obwohl ich es nicht verdiene Feldweg Der Behandlungssatz Meine restliche Angst in geschlossenen Räumen Meine Stabilisieren des Wertes mit dem Augenhalbkreis Um den Behandlungswert, der erreicht worden ist, zu festigen und gegebenenfalls noch einmal um einen Punkt auf der Messwertskala zu senken, empfiehlt es Sie, am Schluss der Serie den Augenhalbkreis, zu absolvieren. Dazu wird fortwährend der Handrückenpunkt, hr, beklopft Unterbrochener senkrechter Strich Der Blick wird so weit wie möglich nach unten gerichtet Unterbrochener senkrechter Strich Der Blick wandert nun langsam, etwa innerhalb von 10 Sekunden Soweit wie möglich nach oben Unterbrochener senkrechter Strich Der Blick senkt sich nun genauso langsam wieder nach unten Anmerkung zum Thema Während dieses Behandlungssegmentes werden die Funktionen der rechten und linken Gehirnhälfte miteinander verbunden Dazu dienen die Augenbewegungen Die rechte Gehirnhälfte repräsentiert die weibliche, schöpferische Seite mit dem Bewahrenden und der Intuition Dazu gehört das Ansummen der Melodie Die linke Gehirnhälfte repräsentiert die männliche Seite mit dem mathematisch-logischen Denken, dazu gehört auch das Zahlen von 7 bis 9 Die Handrücken-Serie bringt diese unterschiedlichen Prinzipien in Balance und ermöglicht einen harmonischen Energiefluss In unserer materiellen Welt kommt es eher zu einem Auseinanderdriften der männlich und weiblich geprägten Anteile Mit dieser Übung werden sie miteinander verbunden, um ihr volles Potenzial entfalten zu können Bildliche Darstellung aller Meridian-Punkte, die zum Behandlungsablauf gehören 1 bis 13 werden in der nummerierten Reihenfolge beklopft Augenbrauen-Punkt seitliche Augen-Punkt Jochbein-Punkt unter Nasen-Punkt unter Lippen-Punkt Schlüsselbein-Punkt unter Achselhöhlen-Punkt Scheitel-Punkt Messwert-P-Gleich-Heilender-Punkt-Td-Gleich-Thymusdrüse-8dn-Gleich-Daumennagel-Punkt 9zf-Gleich-Zeige-Fingernagel-Punkt 10mf-Gleich-Punkt-Auf-Mittelfingerspitze-11kf-Gleich-Kleiner-Fingernagel-Punkt-12hk-Gleich-Handkanten-Punkt-Hr-Gleich-Handrücken-Punkt-Messwert-Skala Für die jeweilige Befindlichkeit Dazu wird eine 10-Punkte-Skala verwendet, die von Dr. Wolpe, Oakland-USA, entwickelt wurde, SUD-Gleich-Subjective-Units-Of-Distries Sie hilft dem Behandelten, Aussagen über seine momentane Befindlichkeit zu machen Hierzu soll er intensiv an sein Problem denken Sind Aufregung respektive Gefühlsstress, die dabei empfunden werden, extrem hoch, ist dieser Zustand mit 10 zu bewerten Je nach ausgelöster negativer Gefühlsregung kann er aber auch bei 9,8,7 oder niedriger liegen Nach der Behandlung fällt es den Patienten oftmals schwer, eine Bewertung vorzunehmen Sie zögern, eine Aussage zu machen, sich festzulegen Dieser Umstand alleine ist bereits das Zeichen für eine Veränderung Wurden die meridian Energietechniken angewendet, ist es wichtig, dass Patienten sich sogleich wieder intensiv in ihr ursprüngliches Problem hineinversetzen Nur dann kann der Aufregung, die es noch auslöst, nachgespürt werden Nur dann ist eine exakte Bewertung der Behandlungsergebnisse möglich Bemerkenswert ist, dass die Angaben auf der Messwertskala ziemlich genau ausfallen Auch dann, wenn Patienten zunächst unsicher in Bezug auf ihre eigene Bewertung sind Behandlung durch Therapeuten Wird ein wichtiges Thema von einem Therapeuten behandelt, ist es immer erforderlich, eine Skalenbewertung vorzunehmen Nur mit einer solchen Bewertung ist es möglich, den Grad des Heilungserfolges zu beurteilen Hieraus ergibt sich die Entscheidung, ob Heilung endgültig Erfolg ist oder ob weitere Sitzungen nötig sind Selbstbehandlung Auch Selbstanwender können die Skala erfolgreich in ihr Behandlungsritual aufnehmen Dies empfiehlt sich insbesondere für wichtige Lebensthemen Für das kleine Klopfen zwischendurch, oder unterwegs, für das Absolvieren der täglichen Meridian Energieanwendungen kann man das Bewertungsritual getrost in der Schublade lassen Die Messwertskala Der subjektiven Stresseinheiten SUD gleich Subjective Units of Distress 10 extrem hohes Stressempfinden 9 großes Stressempfinden 8 ziemlich hohes Stressempfinden 7 recht hohes Stressempfinden 6 deutliches Stressempfinden 5 mittleres Stressempfinden 4 mäßiges Stressempfinden 3 leicht erhöhtes Stressempfinden 2 geringes Stressempfinden 1 fast kein Stressempfinden Apostroph 0 kein Stressempfinden Bewertungsskala für Kinder Kleinere Kinder entscheiden nach dem Gesichtsausdruck, wie sie ihr momentanes Stressempfinden bewerten Sie deuten jeweils auf die für sie zutreffende Zeichnung Die Behandlungsdauer Und wie lange der Erfolg anhält Es ist durchaus verständlich, dass der rasche Behandlungserfolg, der mithilfe der Meridian Energietechniken zustande kommt, von jedem Interessenten, besonders aber von Ärzten und Psychologen, erst einmal mit viel Skepsis beäugt wird Zu abenteuerlich klingt ja auch, dass oftmals eine Behandlungszeit von wenigen Minuten die Mühen und das Wissen der gesamten klassischen Psychotherapie praktisch ad absurdum führt Grundsätzlich sollte man sich in Erinnerung rufen, dass nach dem Verständnis der energetischen Psychologie jedes Symptom oder jede emotionale Störung das Ergebnis einer energetischen Unterbrechung ist Die Behandlung zielt daher auf die Auflösung und dauerhafte Beseitigung dieser Blockaden ab Das bedeutet, dass man bei einigen dieser Probleme nicht unbedingt die Ursache des Leidens kennen muss Es reicht, dieses Leiden zu beschreiben und in einem Satz zu formulieren Dann wird nach Anweisung mit den Meridian Energietechniken behandelt Dennoch kann es manchmal wichtig sein, in einem therapeutischen Gespräch mit dem Patienten in dessen Vergangenheit zu forschen So wird überprüft, ob der Patient auf bestimmte Erinnerungen oder Erlebnisse aus dieser Vergangenheit noch mit Erregung reagiert Treten leichte bis heftige emotionale oder körperliche Reaktionen auf, so deutet dies auf das Vorhandensein einer oder mehrerer energetischer Blockaden hin Das Interessante bei der Anwendung der Meridian Energietechniken aber ist, dass der Patient den Behandler automatisch hinführt zu den Wurzeln seiner Blockaden Es versteht sich, dass der Therapeut durch Befragung diesen Prozess unterstützt Bei einer Selbstbehandlung greift dieses System auf genau dieselbe Weise Gehen wir beispielsweise davon aus, den Patienten belastet eine große Existenzangst, sodass ihm der Lebensmut genommen ist und sich als körperliche Entsprechungen auch Atembeschwerden und Allergien einstellen Das Prinzip der Meridian Energietechniken ist, immer mit dem vordergründig stehen Thema zu beginnen und danach mit weiteren, sich daraus ergebenden Themen fortzufahren Das können durchaus auch die Zweifel an der Wirkung der angewandten Methode sein Für jedes weitere aufkommende Thema wird dann jeweils eine komplette Behandlung durchgeführt Ein Behandlungskomplex kann also wie folgt aussehen Behandlungskomplex Beispiele für verschiedene, sich aus einem Thema ergebende Aspekte Aspekt A Einstimmen auf das Thema Unglaube an die Wirksamkeit der Meridian Energietechniken Thymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich an die Wirkung der Meridian Energietechniken nicht glaube, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, an die Wirkung der Meridian Energietechniken zu glauben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Behandlungssatz Mein Unglaube den Meridian Energietechniken gegenüber, mein Verankern Handrücken Serie, siehe Seite 37 Aspekt B Einstimmen auf das Thema Existenzangst Thymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich große Existenzangst habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Existenzangst zu sein, hebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Behandlungssatz Meine Existenzangst, meine Verankern Behandlungssatz Behandlungssatz Meine Angst, meinen Job zu verlieren, meine Verankern Handrücken Serie Aspekt D Einstimmen auf das Thema, Angst, beruflich nicht mehr gefragt zu sein, the most klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich befürchte, in meinem Alter beruflich nicht mehr gefragt zu sein, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, beruflich gefragt zu sein, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Befürchtung, im Alter beruflich nicht mehr gefragt zu sein, meine Verankern, Handrückenserie Aspekt E Einstimmen auf das Thema, Angst, den Lebensstandard zu verlieren, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Angst habe, meinen Lebensstandard nicht halten zu können, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, meinen Lebensstandard zu halten, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst, den Lebensstandard nicht halten zu können, meine Verankern, Handrückenserie Aspekt F Einstimmen auf das Thema, Angst, nicht mehr so viel Respekt zu genießen, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Angst davor habe, bei meinen Freunden und meiner Familie nicht mehr so viel Respekt zu genießen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, bei Familie und Freunden Respekt zu genießen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst, bei Familie und Freunden nicht mehr so viel Respekt zu genießen, meine Verankern, Handrückenserie Aspekt G Einstimmen auf das Thema, Angst, kein Vorbild mehr zu sein, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich befürchte, den Kindern kein Vorbild mehr sein zu können, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, den Kindern ein Vorbild zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Befürchtung, den Kindern kein Vorbild sein zu können, meine Verankern, Handrückenserie Auf diese oder ähnliche Weise kann also ein Thema aufgerollt werden. Gleich zu Beginn wird ausführlich danach gefragt, welche Ängste mit dem Thema verbunden sind. Diese Ängste werden nacheinander beklopft. Im Laufe der Behandlung kommt möglicherweise noch eine Reihe von Aspekten hinzu, die dann einzeln berücksichtigt werden müssen. Man kann sich dabei von seinem, Unbewussten leiten lassen, das automatisch das Thema bzw. die damit verbundene Blockade in den Vordergrund bringt, welches es als nächstes aufzulösen gilt. Vielfach wird mit dem ersten Behandlungssatz Die Gesamtproblematik erfasse, sodass es sich erübrigt, nach weiteren Aspekten zu suchen. Der Maßstab dafür ist der festgestellte Wert auf der Messwertskala. Wohlgemerkt, die Aspekte sind nur selten so vielschichtig, wie das Beispiel zeigt. Oft genügt das Hauptthema oder es werden ein bis zwei Nebenthemen angesprochen, um den Erregungslevel auf 1 oder 0 zu senken. Ängste, Phobien und Träumen lassen sich in der Regel bereits in der ersten Sitzung von nicht mehr als 45 Minuten auflösen, da die Bearbeitung der damit verbundenen Einzelthemen jeweils nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. Nur selten ist dafür eine zweite ausführliche Sitzung nötig. In der Praxis ist oft zu erleben, dass eine einzige Behandlungsfolge sogar schon genügt, um die störende Blockade gänzlich aufzulösen. Diese ist dann in der Regel für immer beseitigt. Sollte es in seltenen Fällen zu einer Rückkehr der Symptome kommen, ist an eine energetische Fehlschaltung, siehe Seite 56, zu denken, die vor weiteren Behandlungen behoben werden muss, oder es sind Toxine im Spiel, siehe Seite 60, die den Energiefluss in den Marigierenden behindern. Ängste, Phobien, Traumen, Zwänge Was sind die Unterschiede? Angst Angst Ist eine Art von intensiver, aber vager Furcht mit der Zielrichtung, was passieren könnte. Angst kann sich auf alle Lebensthemen beziehen und ein Vermeidungsverhalten auslösen. Normalerweise schützt diese Gefühlsregung den Menschen davor, sich in Gefahr zu begeben. Ist Angst krankhaft vergrößert, nimmt sie dem Betroffenen jede Lebensqualität. Weit verbreitet sind, Existenzangst, Versagensängste, Angst vor Öffentlichkeit, Krankheiten, Armut. Phobie ist eine anhaltende Angst vor einem an sich harmlosen Objekt oder einer bestimmten Situation. Die betroffene Person ist sich in der Regel der Irrationalität bewusst. Die Intensität des Gefühls lässt sich jedoch mit Vernunft und entsprechenden Argumenten oder positiver Motivation nicht auflösen. Phobien beziehen sich zum Beispiel auf Tiere, Gewitter, Wasser, Feuer, Höhe, Fahrstuhl, geschlossene Räume, Menschenansammlungen. Trauma Resultat aus Ereignissen wie Unfall, sexuellem Machtmissbrauch, erlebte Gewalt, Verlust durch Tod, Verlassenwerden, Zurückweisung, tiefer Verzweiflung. Es handelt sich hierbei um Erfahrungen, die einen großen negativen Erregungszustand auslösten. Die Erinnerung an dieses Ereignis verursacht jedes Mal wieder einen ähnlich intensiven Aufruhr. Zwänge Sind zwanghafte Handlungen, die der Betroffene immer wieder, entgegen jeder Vernunft, Vorhaltungen oder besserem Wissen ausführt. Diese Handlungen können sein, Waschzwang, insbesondere ständiges Händewaschen. Sich mehrfach zu vergewissern, dass jetzt und alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind. Sich mehrfach zu vergewissern, dass die Türen geschlossen schrägstrich abgeschlossen sind. U.V.A.M. Süchte Drogenabhängigkeit Tablettenabhängigkeit Nikotensucht Süßigkeitensucht Esssucht Alkoholsucht Solche Probleme bedürfen oftmals einer ausführlichen Behandlung und einer detektivischen Suche nach den damit verbundenen Aspekten. Diese können weit in der Kindheit zurückliegen oder komplizierter, vielfältiger Natur sein. Immer jedoch liegt bei den Suchtbetroffenen eine energetische Fehlschaltung, siehe Seile 56, vor, die Rückfälle in das Suchtverhalten zwanghaft veranlasse und somit eine Demontage der bewussten Willensanstrengung erfolgt. Die Behandlung mit den Meridian-Energie-Techniken wirkt zwar auch hier auf der Stelle. Eine energetische Fehlschaltung kann jedoch verhindern, dass diese erzielte Wirkung für immer anhält. Sie haut demzufolge die Gefühlserregung wieder auf, die durch die Behandlung mithilfe der Meridian-Energie-Techniken bereits aufgelöst war. So ist es für den Suchtkranken oftmals unerlässlich, die Meridian-Energie-Techniken über, einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig anzuwenden. Es ist daher ratsam, dass Suchtbetroffene sich auf eine längere Behandlungszeit einstellen. Oder Schrägstrich und ein Intensiv-Selbsthilfe-Wochenende, siehe Seite 216, besuchen. Damit sind sie im Alltag, auf sich selbst gestellt, gegen Rückfälle gerüstet. Auch die Einwirkung von Toxinen kann Rückfälle verursachen, siehe Seile 60. Bei Schokoladensucht und Nikotinsucht allerdings sind durchaus auch kurzfristige Ergebnisse zu erzielen, wie immer wieder in der Praxis und in Seminaren zu erleben ist. Da der Mensch kein hundertprozentig berechenbares Individuum ist, muss die Wirkdauer von Fall zu Fall herausgefunden werden. Ist die Heilung dann manifestiert, hält sie an, ohne dass es noch zu Rückfällen kommen muss. Körperliche Erkrankungen, Schmerzen Körper und Seele sind untrennbar miteinander verbunden. Ein Großteil der gespürten Schmerzen ist oft das Resultat einer energetischen Blockade. Dadurch kommt es zu Verkrampfungen der Muskulatur. Auch Staunungen von Körperflüssigkeiten sowie Ansammlungen von Giftstoffen bedeuten eine energetische Blockierung, die zu körperlichen Beschwerden führen kann. Die Auflösung der betreffenden Blockade durch Meridian-Energie-Techniken führt in vielen Fällen spontan zur Beseitigung von Schmerzen. Dies ist beispielsweise oft zu erleben, wenn die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war. Auch bei Allergien, asthmatischen Beschwerden, Ärzemen und Migräne können die Meridian-Energie-Techniken häufig erstaunlich rasche Ergebnisse vorweisen. Bei einer chronischen Krankheit ist es ratsam, über längere Zeiträume hin täglich mehrfach zu klopfen, um den Heilungsprozess zu unterstützen, wobei die Selbstbehandlung mit den Meridian-Energie-Techniken nicht die ärztliche Betreuung und die Einnahme von verordneten Medikamenten ersetzt. Unser Körper verfügt über wirkungsvolle Heil- und Regenerationssysteme, die umso mehr wirken können, wenn die Lebensenergie frei fließen kann. Dies ist mit Hilfe der Meridian-Energie-Techniken zu erreichen. Es lohnt sich also auch, jede Art von körperlichen Beschwerden mit dieser Methode zu behandeln. Und es lohnt sich erst recht, diese Methode für die Eigenhilfe selbst zu erlernen. Behandlungskosten Eine Sitzung ist preislich vergleichbar mit der Ausgabe für ein Abendessen in einem schönen Restaurant. Die Teilnahme an einem MET-Seminar Kostet weniger als ein Wellness-Wochenende und nützt für ein ganzes Leben. Balance für die innere Ruhe Vor der Behandlung mit M.E.T. Erst wenn Körper und Seele in eine ruhige, gelassene Stimmung versetzt werden, kann MET optimal wirken. Mit Balance wird deshalb eine Methode präsentiert, die es ermöglicht, Stress, Ärger, Nervosität, Überreizdielt, Anspannung und Erregungszustände auf der Stelle zu mindern. Setzen Sie sich bequem hin und atmen Sie ganz normal ein und aus und nehmen folgende Stellung ein. Unterbrochener Senkrechter Strich Beine nach vorne ausstrecken Unterbrochener Senkrechter Strich rechtes Bein über das linke, oder linkes über das rechte Bein. Dann rechter Arm über den linken entkreuzen. Die Beine werden weit nach vorne, die Unterarme werden nun auf die Hände werden in dieser gestreckt, Der linke Fuß wird auf Handgelenkhöhe gekreuzt, Position umgedreht, So dass die Fußknöchelhöhe über den rechten, die Handrücken aneinander gelegt, Handflächen aneinander liegen, Fuß gekreuzt, oder umgekehrt geschweifte Klammer zu, Die Handflächen werden aneinander gelegt, die Arme nach vorne gestreckt. Unterbrochener Senkrechter Strich linken Arm über den rechten Arm legen. Unterbrochener Senkrechter Strich Handflächen gegeneinander drehen und Finger falten. Unterbrochener Senkrechter Strich die Anne in dieser Position zur Brust heranziehen. Unterbrochener Senkrechter Strich normal weiter atmen, Augen schließen. Unterbrochener Senkrechter Strich beim Einatmen durch die Nase die Zunge gegen den oberen Gaumen drücken. Unterbrochener Senkrechter Strich beim Ausatmen durch den Mund die Zunge entspannen und innerlich das Wort. Gleichgewicht, Denken. Unterbrochener Senkrechter Strich circa zwei Minuten in dieser Position verharren und atmen. Diese Übung kann auch im Liegen ausgeführt werden, sie lässt sich öfter am Tag anwenden, um sich zu entspannen und die Körperpolaritäten auszugleichen. Sie ist auch hervorragend bei Einschlafstörungen geeignet, um zum ersehnten Schlaf zu finden. Diese Übung kann je nach Bedarf bis zu fünf oder zehn Minuten oder länger ausgeführt werden. Die Balance-Übung besänftigt das Gemüt und stabilisiert die Nerven. Die Hände werden in dieser, die gefalteten Hände werden zur, die Augen werden geschlossen, der Position gefaltet Brust geführt Mund bleibt leicht geöffnet, beim langsamen Einatmen die Zungenspitze leicht gegen den Baumen legen, beim langsamen Ausatmen die Zungenspitze locker lassen. Thymus-Klopfen Die Thymusdrüse ist die Schaltstelle der Gefühle. Die alten Griechen wussten schon, dass die Thymusdrüse die Lebensenergie des Körpers steuert. Das griechische Wort Thymus bedeutet Lebensenergie. Die Lebensenergie ist die feinstoffliche Energie, die unsere Muskeln und Organe durchfließt und alle lebenden Zellen und Organe durchdringt. Dr. Hahnemann, 1755-1843, Begründer der Homöopathie, spricht dabei von Lebenskraft. In anderen Kulturen heißt diese Energie Chi oder Prana. Die Thymusdrüse überwacht den gesamten Energiestrom des Körpers und korrigiert Störungen. Sie gilt als das Bindeglied zwischen Körper und Geist. Sie wird durch die seelische Haltung eines Menschen genauso beeinflusst wie durch Belastungen, die aus Krankheiten oder Gemütsbewegungen herrühren. Einfluss auf körperliche Funktionen Die Thymusdrüse liegt hinter dem Brustbein. Sie wächst im Kindesalter bis zur Geschlechtsreife und bildet sich dann zurück. Sie ist maßgeblich am Aufbau des Immunsystems beteiligt und unterstützt das Wachstum sowie den Knochenstoffwechsel. Eine gesunde, aktive Thymusdrüse bedeutet strahlende Gesundheit. Die Thymusdrüse ist für die Bildung der T-Zellen des Immunsystems zuständig. Dabei steht das T, für Thymus. Lebensenergie Die Thymusdrüse reflektiert auch unseren Genesungswillen. Sobald die Thymusdrüse schwach testet, ist daraus zu schließen, dass wir nicht genügend Willen zum Gesundsein haben. Unsere Lebensenergie ist nicht stark genug, um den Heilungsprozess zu ermöglichen. Diese Erkenntnis hat sich in der klinischen Praxis als sehr wertvoll erwiesen. Der Arzt muss in erster Linie darum bemüht sein, den Genesungswillen des Patienten zu aktivieren. Diamond die heilende Kraft der Emotionen, 1985, Deutsch Ausgabe, 1987 S43 In allererster Linie jedoch gilt diese wichtige Drüse als Kontrollstelle des Meridiansystems im Körper. Diamond unterscheidet in einem Vergleich Menschen mit hohem Thymus-Funktionsniveau von denen mit niedrigem Thymus-Niveau. Ein hoher Funktionslevel ermöglicht einen starken Energiefluss in den Meridianen Ein niedriger Funktionslevel erlaubt nur einen schwachen Energiefluss in den Meridianen. Jeder einzelne Meridian ist über die Thymus-Drüse durch Gefühle wie Liebe, Angst, Hass und Neid beeinflusst. Das Aktivieren der Thymus-Drüse Die Thymus-Drüse schrumpft bei schwerer Krankheit und Stress sehr stark. Nach dem Eintritt des Todes ist sie nur noch winzig klein. Das erklärt sich mit der nun völlig fehlenden Lebensenergie. Im Übrigen zeigt die Drüse auch bei Rauchern und anderen Süchtigen ein deutlich niedrigeres Funktionsniveau. Das gleiche gilt auch für Menschen, deren Körper mit Toxinen wie Umweltgiften, Medizinalgiften und Lebensmittelzusatzstoffen belastet sind. Der Funktionslevel der Thymus-Drüse kann mit einer einfachen Behandlung angehoben werden. Dafür wird sie direkt auf dem oberen Drittel des Brustbeines beklopft. Es empfiehlt sich, dies mit den Fingerspitzen oder mit leichter Faust auszuführen, und zwar so, dass es sich angenehm anfühlt. Währenddessen werden mit Betonung und voller Überzeugung folgende heilende Motivationssätze etwa 10, Binderstrich bis 12 Mal wiederholt. Beispielsätze Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin voller Selbstvertrauen und unterbrochener senkrechter Strich, ich bin dankbar und mutig. Glaube, dass alles gut ist. Ich bin stark und gesund, ich ich glaube fest daran, dass ich mir fühle mich sehr inspiriert. Alle Wege freundlich öffnen. Ich bin voll Frieden und Liebe, ich vertraue darauf, die Richtigen für mich und andere. Entscheidungen zu treffen. Ich habe es verdient, dass ich aktiviere meine Energien und ich so glücklich bin. Alle meine Selbstheilkräfte. Das Beklopfen aktiviert die Thymusdrüse auch, ohne dass Worte dazu gesprochen werden. Sie können auch nur gedacht oder ganz weggelassen werden, zum Beispiel wenn man in der Öffentlichkeit klopft, im Bus, im Wartezimmer etc. In diesem Fall bat es sich als besonders wirkungsvoll erwiesen, wenn dieses Beklopfen im Walzer-Takt, 3-4-Takt, erfolgt. Durch diese Technik kann die Funktion der Thymusdrüse deutlich gesteigert werden. Sie kann mehrfach am Tag angewandt werden. Die Lebensenergie wächst, das Einfach und wirkungsvoll Das Klopfen der Thymusdrüse ist gar nicht so neu. Bei Aufregung schlagen sich Affen mit der Faust oder der flachen Hand auf diese Region. Primitivere Völkerstämme trommeln sich vor Kampfhandlungen auf den oberen Brustkorb, um sich zu motivieren und zu ermutigen. Diese einfache Technik ist uns modernen Industriemenschen, verloren gegangen. Selbstbewusstsein, der Charakter wird gestärkt und die vitalen Vorgänge im Körper und im Geist sind stimuliert. Dabei harmonisiert sich die Gefühlswelt. Die Aktivierung der Thymusdrüse ist eine einzigartige Möglichkeit für jeden Menschen, sich immer wieder seist ohne bemerkenswerten Zeitaufwand bei seiner gesunder Haltung zu unterstützen. Wichtiger Tipp Es ist sehr empfehlenswert, das Thymus aktivieren jeder Selbstbehandlung mit den meridieren Energietechniken voranzustellen. Dies geschieht nach dem Einstimmen auf das Behandlungsthema, Erst recht aber ist es für jeden Therapeuten ratsam, dieses wirkungsvolle Segment in den Behandlungsablauf mit einzubeziehen. Kommentar Rechteckhexe 14.01.2006 13.32 Apex-Problem gleich Anerkennungsproblem Anfänglich enttäuschte es mich, wenn Patienten sich weigerten, eindeutige Problemlösungen meiner Behandlung mit den meridieren Energietechniken zuzuschreiben. Dieses Phänomen kannte ich aus meinen, für meine Begriffe eigentlich relativ erfolglosen, klassischen Therapien nicht. Damals hatte ich ausschließlich dankbare Patienten erlebt. Heute frage ich mich natürlich. Apex Dankbar, wofür? Nun aber, da oft in Minuten schneller ein Therapieerfolg zu erreichen ist, von dem ich früher nicht einmal gewagt hatte zu träumen, passiert es öfter, dass Patienten krampfhaft versuchen, andere Erklärungen für ihre Gesundung zu finden. Gelegentlich geht dies sogar so weit, das Klinken nach dem schnellen Erfolg durch die Behandlung mit den meridieren Energietechniken vergessen, dass sie überhaupt ein Problem hatten. Arthur Köstler, Wien-München-Zürich, fand für das Phänomen des Nicht-Anerkennens eines tatsächlichen Erfolges den Begriff, Apex-Problem, geistiges Bitzenlistung, jeder wird verstehen. Wie enttäuscht ich manchmal war. Statt freudiger Anerkennung einer so einzigartigen Methode, ein Herunterspielen der Ergebnisse. Heute verstehe ich ein solches Verhalten besser. Eine so verblüffend rasch wirkende Behandlung scheint dem Behandelten einfach unseriös. Sie passt nicht in das Schema des für ihn fassbaren. Seine Vorstellung von Heilung ist an das gebunden, was ihm bekannt und vertraut ist. Er hat sonst das Gefühl, an Wunder, glauben zu müssen. So ist es verständlich, dass der menschliche Geist nach Möglichkeiten sucht, das Erlebnis den ihm bekannten Kategorien zuzuordnen. Eine energetische Fehlschaltung verhindert Heilung Meinen Sie, schlechte Laune gehört in ein Menschenleben? Glauben Sie, depressive Verstimmungen gibt es einfach von Zeit zu Zeit. Mutlosigkeit, Verzaktität und Erfolglosigkeit sind Phasen, die nicht zu umgehen sind? Können sich sogenannte Verlierer, von diesem Makel gar nicht freimachen? Ist vielleicht eine negative Lebenseinstellung angeboren? Können Sie akzeptieren, dass eine Reihe von Bürgern regelrecht vom Pech verfolgt ist? Andere sind ständig in Unfälle verwickelt. Einige haben diverse Krankheiten direkt gepachtet, und liegen eigentlich immer auf der Nase. Man erlebt schließlich phasenweise selbst solche Zustände. Glauben Sie, das sei die Normalität. Dann werden wir Sie jetzt überraschen. Bei allen chronischen Problemen, ob psychischer oder physischer Art, liegt eine energetische Fehlschaltung vor. Das heißt, dass eine positive Polarität in eine negative Polarität umgewandelt ist. Der amerikanische Psychologe Roger Callahan hat dieses Phänomen entdeckt und ihm den Namen Psychological Reversal, psychologische Umkehr, gegeben. Zum besseren Verständnis wählen wir die Bezeichnung energetische Fehlschaltung. Vielleicht erstaunt es Sie, dass wir zu Anfang dieses Kapitels nicht nur von seelischen und körperlichen Zuständen sprechen, sondern auch materielle Themen einbeziehen. Aber, nach allen Erfahrungen aus der psychologischen Praxis, dem Leiten von Motivationsseminaren und Managercoaching steht für uns fest, dass bei Geschäftsrückgang, Mobbing im Büro, Geldmangel, Arbeitsunlust, Bitterkeit und menschlichen Enttäuschungen eine energetische Fehlschaltung vorliegt. Dieses Phänomen ist die Ursache dafür, dass einige wenige Behandlungen mit den meridieren Energietechniken nicht schon bei der ersten 45-Minuten-Sitzung zu dem angestrebten Erfolg kommen. Da kann es passieren, dass die negative Befindlichkeit auf der Messwert-Skala sich zwar deutlich senken lässt, bei Messwert 5, beispielsweise jedoch stehen bleibt und trotz weiterer Behandlungen sich erst einmal nicht weiter nach unten bewegt. In einem solchen Fall liegt eine energetische Fehlschaltung vor. Erst wenn die energetische Fehlschaltung korrigiert ist, kann das energetische System die Auflösung der Blockaden zulassen. Die energetische Fehlschaltung bewirkt, dass der Betroffene sein Verhalten trotz besseren Wissens gegen seine eigenen Interessen richtet. Er ist seiner unbewussten Ausrichtung machtlos ausgeliefert und nicht in der Lage, seiner Einsicht oder seinem Willen zu folgen. Umkehrungen können in bestimmten Situationen, für bestimmte Themen isoliert oder gebündelt auftreten. Die energetische Fehlschaltung wird in der Regel von negativen Gefühlen begleitet und ist die Erklärung für eine für den Betroffenen unerklärliche Selbstsabotage. Süchte Fast immer verhindert eine energetische Fehlschaltung, dass ein Betroffener sich von einer Sucht wie Esssucht, Süßigkeiten-Sucht, Alkoholsucht, Drogensucht, Nikotensucht verabschieden kann. Das kann eine Behandlung langwierig oder sogar unmöglich machen. Es ist folglich sinnvoll, dass jeder Behandlung eine Phase vorangestellt wird, die eine energetische Fehlschaltung aufhebt. Dazu empfiehlt es sich, dass der Betroffene täglich mehrmals eine energetische Richtigstellung absolviert, auch dann, wenn gerade keine Behandlungen vorgenommen werden sollen. Energetische Richtigstellung Dafür werden zwei Möglichkeiten vorgestellt. Erstens der heilende Punkt, HP, wird im Uhrzeigersinn massiert oder gerieben. Dazu empfiehlt es sich, folgenden Satz langsam dreimal zu sprechen. Ich nehme mich an mit allen meinen Begrenzungen und Blockaden. Oder Ich akzeptiere mich mit allen meinen Problemen und Ängsten. Apostroph Oder Ich liebe mich und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Zweitens die beiden Handkantenpunkte, HK, werden leicht aneinander geschlagen. Dabei werden die OG oder ähnliche Formulierungen dreimal langsam wiederholt. Eine energetische Fehlschaltung, wie ist sie zu erkennen? Verwechseln Sie öfter die Namen von vertrauten Personen? Haben Sie schon einmal Bürounterlagen in den Kühlschrank gelegt? Passiert es Ihnen, dass Sie rechts und links verwechseln? Stürzt das Programm schon ab, wenn Sie dem PC nur näher kommen? Bringen Sie Reihenfolgen durcheinander? Haben Sie neulich den Bademantel statt des Platzers angezogen? Essen Sie zu viel, obwohl Sie dann nicht schlafen können? Rauchen Sie, obwohl Sie ständig husten? Können Sie auf viel Brot und Nudeln nicht verzichten, obwohl Sie dadurch ständig müde sind? Haben Sie immer Schokolade auf dem Schreibtisch, obwohl die bei Ihnen Allergien auslöst? Wählen Sie gegen besseres Wissen immer die falschen Partner. Investieren Sie trotz negativer Erfahrungen immer wieder in falsche Projekte. Unternehmen Sie Dinge, von denen Sie genau wissen, dass sie Ihnen schaden? Kommt es trotz guter M.E. die Behandlungserfolge immer wieder zurückfällen? Ja, diese Verhaltensweisen deuten darauf hin, dass bei Ihnen energetische Fehlschaltungen vorliegen. Es gibt unterschiedliche Arten der Fehlschaltung. Nach Kalahann Eine spezifische Umkehrung Die spezifische Umkehrung kommt nach Kalahann am häufigsten vor und bezieht sie auf bestimmte Problembereiche und Lebenssituationen. Beispielsweise jemand hat Angst vor dem Fliegen oder hat Probleme, eine Sprache zu lernen. Die massive Umkehrung Bezieht sich auf Menschen, die unter einer chronisch schlechten Stimmung leiden und eine negative Lebenseinstellung haben. Wiederholte Umkehrung Nach der Korrektur verwandelt sich die Richtigstellung wieder in eine Fehlschaltung und muss laufend wiederholt werden, um dauerhafte Behandlungswirkungen zu ermöglichen. Die Mini-Umkehrung Liegt dann vor, wenn bei einer Behandlung der Wert auf der Messwertskala nicht auf 0 geht, sondern bei 2 oder 3 stehen bleibt. Bedeutung der energetischen Richtigstellung in der Krankenbehandlung Bewiesen ist es wissenschaftlich noch nicht, dass eine energetische Fehlschaltung die Ursache für Krankheitsentstehung sein kann. Aber nach amerikanischen Studien, siehe Gallo oder Kalahann, liegen bei 83% getesteter Kranker, darunter auch eine große Gruppe von Krebskranken, Fehlschaltungen vor. Stern Das lässt den Schluss zu, dass eine energetische Fehlschaltung Krankheitsentstehung begünstigt. Die Praxiserfahrungen belegen, dass Heilung bei Korrektur der Fehlschaltung zügiger erfolgen kann. Sie ermöglicht dem gestörten System, wieder seine Funktionsfähigkeit zurückzuerlangen. Stern Diese Angaben veröffentlicht Kalahann in seinem Buch Den Spuk beenden, als Studie aus eigenen Beobachtungen und Studien von Schulmann und Langmann, in Bohr, 1972, Seite 144. Dr. Harold Sachston-Bohr war in den 40er Jahren Biologe an der Böhrle University und stellte die Hypothese auf, dass Krebs im Grunde eine Veränderung in den Kraftfeldern des Körpers sei. In Blindzelluntersuchungen ließ er Messungen der Körperpolarität durchfuhren, Bohr-Methode. Danach testeten 96% der Gruppe mit Krebsbefund negativ. Bei der Gruppe ohne Krebsbefund hatten nur 5% eine negative Polarität. Toxine Sind oft schuld an Rückfällen. Die meisten der Behandlungserfolge mit den meridieren Energietechniken sind von dauerhafter Wirkung. Kommt es zu Rückfällen, ist der Grund dafür oftmals ein von Toxinen belasteter Körper. Nun leben wir in einer Zeit, in der die uns umgebende Welt, die Gegenstände, die Atemluft, das Wasser und die Nahrung von diversen Giften nur so strotzen. Da werden Pestizide gesprüht, Böden giftig gedüngt, Geschmacksverstärker kreiert, Konservierungsstoffe verwendet, da wird bestrahlt und mit Hormonen hantiert. Dies alles sind Ursachen für viele moderne Krankheiten, die es so gehäuft, wie sie heutzutage auftreten, noch nie vorher gab. Beispiele sind diverse Allergien, sind Immunschwäche durch Schleimhautreizungen an Magen und Darm, sind Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen und Funktionsstörungen von Leber und Nieren, die ja unsere Entgiftungssysteme sind. Im Grunde ist das gesamte Stoffwechsel- und Verdauungssystem von diesen Giftheinwirkungen betroffen. Hinzu kommen Genussgifte wie Nikotin, Alkohol, Kaffee und auch weißer Zucker. Besonders schlimme Belastungen ergeben sich auch aus Medikamentengaben, die oftmals in Übermaß und unnötig verabreicht werden. Sie alle zusammen und jedes von ihnen behindert den ungestörten Fluss der Energie durch die Maregierne. So verwundert es nicht, dass Behandlungen mit M.E.T. oftmals nur kurzfristige Erfolge zeitigen. Rückfälle sind vorprogrammiert, wenn es in einem Organismus laufend zu weiteren toxischen Belastungen kommt. Niemand hat etwas gegen ein gutes Glas Wein, eine duftende Tasse Kaffee, ein köstliches Dessert oder ein Stückchen Schokolade, das man genussvoll auf der Zunge zergehen lässt. Behandlung mit den Maregian-Energie-Techniken Bei Kindern Das Beklopfen von Maregian-Punkten ist besonders bei der Behandlung von Kindern überaus erfolgreich. Dafür ist es durchaus wichtig und nützlich, dass das Kind selbst beklopft wird. Wird eine dauerhafte Heilung angestrebt, so ist unerlässlich, dass die ganze Familie, besonders aber Vater und Mutter, in das Behandlungskonzept mit einbezogen werden. In Fallbeispielen, siehe Seite 108 und Seite 115, erläutere ich Themen, die ich in meiner Praxis behandelt habe. Dabei konnte Familien geholfen werden, ihre Probleme kurzfristig zu überwinden. Behandeln von Säuglingen und Kleinkindern Diese können nicht aktiv an dem Klopfgeschirr mitarbeiten und halten auch nicht unbedingt still, will man einen ganzen Durchgang praktizieren. So kann es schon hilfreich sein, wenn mehrmals am Tag der Handkanten.hk, fortwährend beklopft wird und dazu jeweils dreimal deutlich passende Sätze formuliert werden. Diese Sätze können zum Beispiel sein Bei einem Schreikind Obwohl du immer so viel schreien musst, liebe ich dich von ganzem Herzen. Bei einem wütenden Kind Obwohl du immer solche Wutanfälle bekommst, liebe ich dich von ganzem Herzen. Bei einem trotzigen Kind Obwohl du deinen Kopf immer durchsetzen willst, liebe ich dich von ganzem Herzen. Bei einem kranken Kind Obwohl du jetzt diese Schmerzen hast, lieben wir dich so, wie du bist. Oder Obwohl es dir jetzt nicht gut geht, lieben wir dich von ganzem Herzen. Oder Obwohl du jetzt so krank bist, lieben wir dich so, wie du bist. Säuglinge im Brutkasten oder schwerkranke Kinder können zusätzlich komplett behandelt werden, indem man sich selbst an deren Stelle beklopft. Auf die Formulierung kommt es an. Ein etwas größeres Kind, ab drei Jahre, kann durchaus einer ausführlichen Behandlung unterzogen werden, indem es spielerisch mit einbezogen wird in den Klopfvorgang der Meridian-Energie-Techniken. Älteren Kindern, ab acht Jahre, kann die Methode der Meridian-Energie-Techniken schon komplett erläutert werden. Für sie werden aridere Formulierungen als für Erwachsene entworfen, damit sie sich mit den Aussagen besser identifizieren können. Zum Beispiel Kinder sind Symptomträger Bevor mit der direkten Behandlung von Kindern begonnen wird, muss eine familiäre Geborgenheit geschaffen werden, die Schuldgefühle und Verantwortung von ihnen nimmt. Die Probleme, die ein Kind hat, sind zumeist Ergebnisse einer familiären Situation. Kinder sind die Symptomträger ihrer Eltern oder der Familiensituation. Sie übernehmen apostroph apostroph deren Problematik, um eine Lösung herbeizuführen. Problematische Familienthemen können sich ergeben aus Unterbrochener senkrechter Strich Trennung der Eltern Unterbrochener senkrechter Strich Differenzen zwischen Eltern, auch mit Schwiegereltern, Unterbrochener senkrechter Strich Überforderung durch die Erziehungssituation, z.B. Alleinerziehende Unterbrochener senkrechter Strich Unzufriedenheit über eigenes ungelebtes Leben überträgt sich auf das Kind unterbrochener senkrechter Strich Ständige beängstigtende Wirtschaftliche Situation unterbrochener senkrechter Strich Unbewusste Ablehnung des Kindes unterbrochener senkrechter Strich Ängste und Verzweiflung in der Zeit der Schwangerschaft Mit diesem Kind unterbrochener senkrechter Strich Schwierige Schwangerschaft oder schwierige Geburt unterbrochener senkrechter Strich Kind wird zwischengeschiedenen als Waffe Gegeneinander benutzt unterbrochener senkrechter Strich Kind ist eifersüchtig auf weitere Kinder oder neuen Partner Es ist wichtig, dass ein Kind angstfrei und selbstsicher aufwachsen kann und sich grundsätzlich geliebt und anerkannt fühlt Egal wie es ist, wie es sich verhält und wie es sich ausdrückt Genau das ist die Grundvoraussetzung für Heilung Werden also bei Eltern Ängste, Aggressionen, Wut, Verzweiflung und andere Blockaden, die ihr Leben behindern, aufgelöst, wird dadurch in der Familie ein Klima geschaffen, das nötig ist, damit die Behandlung mit den meridieren Energietechniken bei dem Kind dauerhaft wirken kann oder sogar völlig überflüssig wird Schlüsselbeinatmung Energieatemübungen Für die Polarisierung Der Körper mit seinen Organen ist unterschiedlich polarisiert Er befindet sich in einer energetisch ausgeglichenen Situation, wenn die rechte und linke Gehirnhälfte sich in Balance befinden Ist stattdessen eine Gehirnhälfte weniger aktiv, liegt eine Desorganisation vor Dies zeigt sich oft durch Schwerfälligkeit, fehlende Energie oder in Antriebslosigkeit Aber auch Behandlungen eines psychischen Problems greifen hier nicht in der vorgesehenen Weise Zur Beseitigung dieser Desorganisation der Gehirnhäuten empfiehlt es sie, das nachfolgend beschriebene Energieamen täglich anzuwenden Diese einfachen Übungen dauern nur wenige Minuten und sind leicht durchzuführen Das Ergebnis ist ein deutlicher Zuwachs an körperlicher Energie und seelischer Stärke Viele Patienten berichten, dass sie besonders durch diese spezielle Atemübung zu unerwarteter Power und deutlich mehr Ausgeglichenheit gekommen sind Anweisung zum Energieatmen Vorbereitung einprägen unterbrochener senkrechter Strich Diese Methode besteht aus 8 Schritten unterbrochener senkrechter Strich Dazu werden während der Schritte 1 bis 4 die Spitzen des Zeiger- und Mittelfingers auf den Schlüsselbein. Sb, gelegt unterbrochener senkrechter Strich Während der Schritte 5 bis 8 werden die Mittelknöchel von Zeiger- und Mittelfinger auf den Schlüsselbein. Sb, gelegt unterbrochener senkrechter Strich Während jeden Schrittes wird der Handrücken. Hr, mit der freien Hand laufend beklopft Unterbrochener senkrechter Strich Bei den Atemübungen die Ellenbogen vor dem Körper anwinkeln, um den Energiefluss nicht zu unterbrechen Unterbrochener senkrechter Strich Während jeden Schrittes Langsam halb einatmen dabei ca. 7 mal klopfen Luft nun tief einatmen dabei ca. 7 mal klopfen Halb ausatmen dabei ca. 7 mal klopfen Dann ganz ausatmen dabei ca. 7 mal klopfen Einmal normal ein- und ausatmen dabei ca. 7 mal klopfen Atemschritte Bei jedem Schritt atmen und klopfen wie oben beschrieben Erster Schritt Linke Fingerspitzen auf linken Sb, Schlüsselbeinpunkt 2. Schritt Linke Fingerspitzen auf rechten Sb 3. Schritt Rechte Fingerspitzen auf linken Sb 4. Schritt Rechte Fingerspitzen auf rechten Sb 5. Schritt Linke Fingerknöchel auf linken Sb 6. Schritt Linke Fingerknöchel auf rechten Sb 7. Schritt Rechte Fingerknöchel auf linken Sb 8. Schritt Rechte Fingerknöchel auf rechten Sb Es ist sinnvoll, den Tag mit dieser Übung zu beginnen, damit dieser kraftvoll ablaufen kann. Wird die Übung mittags wiederholt? So erhält man einen weiteren Energieschub. Ich habe es nicht verdient. Ist ein großes Thema. Im Rahmen meiner vieljährigen therapeutischen Praxis ist mir zunehmend aufgefallen, welche fatale Rolle das Thema Verdienen, spielt. Bei den allermeisten Menschen scheint tief in ihrer Seele verankert zu sein, dass sie es nicht verdient haben, es sich gut gehen zu lassen. Geht man von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Verdienen aus, wird klar, dass es die Belohnung dafür beschreibt, für das entsprechend gedient wurde. Nun können wir ziemlich genau bewerten, wie die Leistung eines anderen Menschen einzustufen ist. In der Selbsteinschätzung dagegen ist unser Blick getrübt. Leicht regen sich die Zweifel, habe ich das auch wirklich verdient? Das ist bevorzugt der Fall, wenn es um das Wohlergehen der eigenen Person geht. Die Musse, das Genießen, das Zufriedensein, das Glücksempfinden und vor allem der Gesundungsprozess werden praktisch boykottiert durch das falsche Empfinden, das aus dem Inneren warnt, du hast es nicht verdient, dass es dir gut geht. So wagen wir es letztendlich nicht wirklich, störungsfrei Siegeszüge anzutreten. Weder in Bezug auf das körperliche oder seelische Wohlbefinden noch in beruflicher oder sozialer Hinsicht. Ich möchte einmal kühn behaupten, dass fast alle unsere Empfindungen und Bestrebungen von diesem irrationalen Gefühl des Nicht-Verdient-Habens behindert sind. Ich halte diesen verinnerlichten Glauben für die nachhaltigste Fehlschaltung überhaupt. Sie beherrscht das Tun des Menschen, hemmt ihn in seine Entwicklung und hindert ihn daran, wirklich freie Entscheidungen zu treffen. Das Ganze ist den Menschen selten wirklich bewusst. Vielmehr spielt sich diese Blockade im Unterbewussten ab. In den ersten Monaten, in denen ich Patienten mit den meridieren Energietechniken behandelte, erwies sich genau dieser Punkt als Ursache dafür, dass es manchmal unnötig lange dauerte, bis sich der Therapieerfolg einstellte oder dass es zu unerwarteten Rückfällen kam. Erst seit ich dieses Thema in meinen Behandlungsablauf fest integriert habe, kann ich diese extrem hohe Erfolgsrate mit M.E.T. verzeichnen. Das Gefühl des Nicht-Verdient-Habens ist eine fehlende Erpretation unseres Unterbewusstseins, entstanden durch Erziehung, Anschauung, Bemerkungen und Beurteilungen in der Kindheit, Schule, Ausbildung und Berufstätigkeit. Aber auch die sozialen Kontakte stärken in der Regel das Bild, das wir selbst von uns haben, nicht ausreichend. Dazu kommen die Gewohnheiten, die sich durch viele, oft negative, Erfahrungen manifestiert haben. Die nachfolgenden Sätze sind als separate Motivationsformulierungen zu verstehen und repräsentieren nicht den Behandlungstext. Sie sind lediglich für das kleine Beklopfen zwischendurch, gedacht. Jeder Patient kann aktiv daran mitarbeiten, sich selbst von dieser starken Fessel zu befreien. Neben der kompletten meridieren Energiebehandlung durch ihn selbst oder einen Therapeuten empfehle ich, mehrfach am Tag das Thymusklopfen, sie sei für 52, auszuführen. Dazu kann folgender Satz eindringlich gesprochen, oder gedacht, werden. Ich verdiene es, dass ich glücklich bin. Es können dafür auch andere Sätze nach ihrem Belieben formuliert werden, zum Beispiel. Ich verdiene es, dass ich gesund bin. Oder Das Ergebnis ist, dass sich im Laufe der Zeit diese Fehlschaltung gänzlich auflöst und Heilung nicht mehr behindert. Wie viele Ängste braucht der Mensch? Psychologischer Regenerationsprozess mit m.e.t Ein Leben ohne Angst ist durchaus wünschenswert. Jeder von uns kann seine Intelligenz besser einsetzen und glückintensiver empfinden, wenn er weniger oder gar nicht mehr mit innerer Erregung zu kämpfen hat. Angst hat nicht das Geringste mit einer gesunden Vorsicht zu tun. Es versteht sich, dass jeder von uns ein Leben lang üben muss, verschiedene Risiken besser einzuschätzen und aus Erfahrungen zu leinen. Dies ist ein natürlicher und wünschenswerter Lernprozess. Angst aber ist irrational und destruktiv. Angst ist eine Störung im Energiesystem. Sie verhindert das freie Fließen der Lebensenergie, hemmt die kreativen Möglichkeiten, die ein Mensch hat, verhindert seine Zuversicht in Bezug auf Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Beruf. Angst verzögert Heilung und durchlöchert das Immunsystem. Angst ist das Gegenteil von Mut und unterwandert die vitalen Abläufe in Körper, Geist und Seele. Jedes Lebensproblem aber hat als Basis die Angst. Das kann Angst sein, verlassen zu werden oder eine unangenehme Situation noch einmal durchleben zu müssen, Angst vor Geschehnissen, wie sie passieren könnten, Angst vor Menschen, Tieren, Krankheiten, Schmerzen, Zurückweisungen, Geldnot, Versagen oder ganz einfach Angst vor der Angst. Wie viel Angst aber braucht der Mensch? Wie viel ist gesund, wie viel kann er aushalten und von wie viel davon darf er sich verabschieden? Immer wieder stellen Patienten und Seminarteilnehmer die Frage, welche Probleme aus ihrem Leben sie denn mit den meridieren Energietechniken behandeln durften. So äußerte kürzlich eine Dame, dass die Versuchung doch groß sei, sich mit dieser Methode aller unangenehmen Gedanken, Gefühle, Ängste einfach wegzuklopfen. Sie meinte, das dürfe doch sicherlich nicht sein. Schließlich gehörten Probleme doch zu jedem Schicksal. Interessant war, dass die Frage von einer Therapeutin kam, die mit den MET bereits hunderte von Patienten erfolgreich behandelt hatte. Nach ihrer eigenen Statistik waren es lediglich 3%, bei denen sich nicht die erhoffte Wirkung eingestellt hatte. Obwohl, das räumte sie ein, eine verbesserte Befindlichkeit auch bei diesen Patienten zu beobachten war. Es ist doch immer wieder spannend, zu erleben, wie schwer es Menschen fällt, sich von Schwierigkeiten in ihrem Leben zu trennen. Das hängt mit einem tief verwurzelten Schuldbewusstsein und einer gewissen Bösser-Mentalität zusammen, von denen wir Menschen ein bisschen oder ganz viel mit uns herumschlepen. Zum Teil ist dies in den Genen angelegt, zum Teil anerzogen. Irgendwie kann man nicht recht glauben, dass es einem dauerhaft gut gehen darf. Vielmehr sind wir oft davon. Überzeugt, es nicht verdient zu haben, dauerhaft glücklich zu sein. Für glückliche Zeiten muss man bezahlen. Womit? Natürlich mit Schicksalsschlägen und Krankheiten. Das weiß doch jeder oder? Ein solches Denken aber ist unnötiger Ballast. Werfen Sie ihn einfach ab. Wir sind hier auf der Weid, weil wir das Leben genießen dürfen und sollen. Nicht, damit wir unnötige Bürden tragen. Wer sich dazu entschließt, alles, was ihm in den Sinn kommt, zu beklopfen, kann einen Stolperstein nach dem anderen aus seinem Leben dauerhaft verbannen. Er kann Wut, Neid, Ärger, unharmonische Beziehungen privater oder beruflicher Art und auch Anfälligkeit für Krankheiten oftmals ganz hinter sich lassen. Was kann schlecht daran sein, seine Gefühlswelt von Stress zu befreien und Frieden in sein eigenes Gemüt zu holen? Die Schöpfung hat uns mit unendlich vielen Gaben reichlich bedacht. Es dürfte ausgesprochen gottgefällig sein, sich dieser Geschenke bewusst zu sein und sie für ein schönes, gesundes und reiches Leben zu nutzen. Und mit reich ist durchaus auch materieller Reichtum gemeint. Deshalb ist ein sehr wirkungsvolles Regenerationsprojekt, siehe Seite 72, angeraten. Mit diesem Projekt sollte jeder Anwender der Meridian-Energietechniken wöchentlich zwei Themen behandeln. Somit können in einem Jahr tatsächlich 104 Lebensthemen bzw. Probleme behandelt werden. 104 Blockaden wären damit beseitigt, die vorher den Fluss von Energie behindert haben. Wissen Sie, wie man sich fühlt, wenn man 104 Ängste und Probleme überwunden hat? Sie meinen, so viel Sorgen, Nöte, negative Gedanken, Ärgernisse, frustrierende Erlebnisse, Hemmnisse und Unglücksfälle könne es gar nicht geben in einem Leben? Sie werden sie wundern. Mit jedem Fall, können neue Erinnerungen aufkommen, sich völlig neue Aspekte finden. Und sie können klopfen und klopfen und zur Seite legen und abhaken und erleichtert aufatmen. Und sie können zu dem Menschen werden, der sie wirklich sind. Völlig befreit von genau den Lasten, die sie vorher mit sich herumgeschleppt haben. Nach jeder Behandlung werden sie im Rückblick kaum verstehen, was sie oftmal so erregt hat an einer Situation. Und sie können erleben, wie sich die Gefühle mit Leichtigkeit glätten. Scheuen sie sich also nicht, auch belanglose Dinge zu behandeln. Wenn sie ihnen ins Gedächtnis kommen, hatten sie eine Bedeutung und sind wichtig. Um ihnen Anregungen zu geben, welche Probleme angesprochen werden können für ihr persönliches Regenerationsprojekt, schlagen wir ihnen auf den nächsten Seiten zahlreiche Formulierungen vor. Nehmen sie sich genau die Sätze heraus, die auf ihre Vergangenheit zutreffen, und erarbeiten sie sich zusätzlich eigene für ihre speziellen Erlebnisse und eigenen Probleme. Erstellen sie dafür eine ausführliche Liste. Zwei Themen pro Woche, das sind tatsächlich jedes Mal nur etwa 10 Minuten Behandlungszeit. Wer rücksichtigt ist dabei bereits, dass das eine oder andere Thema noch einer oder zweier nach Behandlungen bedarf. Das ist jeweils dann der Fall, wenn der Messwert nach dem ersten Durchgang noch nicht auf Null sinken konnte. Schöne und spannende Monate liegen vor ihnen. Sprechen wir uns nach dieser Zeit? Oder vielleicht schon nach der Halbzeit? Wir, die Autoren dieses Buches, freuen uns über ihren Erfahrungsbericht, Anschrift Siehe Seite 21 7. Sie werden erstaunliche Beobachtungen an sich machen. Ein neuer Mensch werden sie sein, wie sie ihn bisher so nicht kannten. Mit völlig neuen Lebenszielen und einer glücklichen Gelassenheit, um diese zu erreichen. Und vergessen Sie nicht, für ein so großes Projekt brauchen Sie nur wenige Minuten am Tag. Und Sie wissen doch, auch ein Weg von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Apostroph. Ihr ganz persönliches. Regenerationsprojekt. Mit diesem Projekt, bei dem Sie Ihre blockierenden Lebensthemen jeweils deutlich beim Namen nennen, können Sie selbst diese auflösen. Dazu finden Sie nachfolgend Formulierungsbeispiele, die Sie direkt in den Behandlungsablauf einbauen können, wenn sie Ihnen passend erscheinen. Ansonsten formulieren Sie nach diesen Mustern Ihre eigenen Anliegen. Bedenken Sie bitte, dass es die Erregung, der Stress ist, den Sie von einem Gefühl nehmen wollen, indem Sie die Meridianpunkte beklopfen. Nach dieser Erkenntnis müssen auch die begleitenden Worte gewählt werden. Ist das Thema zum Beispiel Angst vor Käfern, so steht das Gefühl Angst, im Vordergrund und beherrscht die Formulierung. Sie beklopfen also diese spezielle Angst. Sie nennen also immer das Gefühl, dass Sie beim Denken an ein Problem empfinden, beim Namen. Genauso verhält es sich bei Krankheiten und Schmerzen. Prüfen Sie also bitte Ihre Formulierungen auf diesen Gefühlsinhalt hin. Formulierungsbeispiele, die in jeweils einen kompletten Behandlungsablauf, siehe Seite 34, eingebaut werden. Themen Lebensangst, 9 Beispielsätze Partnerschaft-Freundschaft-Mitmenschen, 16 Beispielsätze Eltern-Kinder, 12 Beispielsätze Beruf, 13 Beispielsätze Geld, 4 Beispielsätze Stress, 3 Beispielsätze Trauer, 3 Beispielsätze Sucht-Gier, 4 Beispielsätze Allgemeine Probleme, 10 Beispielsätze Äußeres-Optik kleiner als 4 Beispielsätze Krankheiten, 7 Beispielsätze Schmerzen, 4 Beispielsätze Formulierungsbeispiele zum Thema Lebensangst 1. Obwohl ich schüchtern bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, weniger schüchtern zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Meine Schüchternheit, meine 1. Obwohl ich mich nicht traue, meine Meinung zu sagen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, meine Meinung zu sagen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 1. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Neid auf das Glück der anderen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Mein Neid auf andere, die mehr Glück haben als ich, mein 1. Obwohl es mir damals so peinlich war, dass ich kein Wort herausbrachte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass es mir weniger peinlich ist, kein Wort herauszubringen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Mein peinliches Gefühl wegen meiner Stummheit damals, mein 1. Obwohl ich schnell den Mut verliere, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mehr Mut zu haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Meine Mutlosigkeit, meine 1. Obwohl ich Angst in engen Räumen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst in engen Räumen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Meine Angst in engen Räumen, meine 1. Obwohl ich Angst vor der Dunkelheit habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor der Dunkelheit zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin Meine Angst vor der Dunkelheit, meine 1. Obwohl ich Angst vor der Zukunft habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor der Zukunft zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst vor der Zukunft, meine 1. Obwohl ich Angst davor habe, dass es Krieg gibt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor Krieg zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst vor Krieg, meine 1. Obwohl ich so enttäuscht von jenem Ex-Mann wegen seines Egoismus war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich ohne Enttäuschung wegen des Egoismus meines Ex-Mannes gewesen wäre, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Enttäuschung von meinem Ex-Mann wegen seines Egoismus, meine 1. Obwohl ich mich so einsam fühle, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, weniger einsam zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Meine Einsamkeit, meine 1. Obwohl es mir peinlich ist, dass ich damals bei i. Unrecht hatte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass es mir weniger peinlich ist, dass ich damals Unrecht hatte bei 2. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Die Peinlichkeit, dass ich Unrecht hatte, die 1. Obwohl es mir peinlich ist, dass ich stottere, wenn ich vor mehreren Leuten reden soll, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass es mir weniger peinlich ist, ohne stottern vor Leuten zu reden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Mein peinliches Gefühl wegen stottern, wenn ich vor Leuten reden soll, mein 1. Obwohl ich immer wütend werde, wenn jemand über mich bestimmen will, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich ohne Wut bin, wenn jemand über mich bestimmen will, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Wut, wenn jemand über mich bestimmen will, meine 1. Obwohl ich immer Hemmungen habe, wenn ich glaube, jemand weiß mehr als ich, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Hemmungen zu sein, wenn ich glaube, jemand weiß mehr als ich, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Hemmungen, wenn ich glaube, jemand weiß mehr als ich, meine 1. Obwohl ich mich nicht traue, etwas zu sagen, wenn jemand wortgewandt ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich den Mut habe, etwas zu sagehen, wenn jemand wortgewandt ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Hemmungen, etwas zu sagen, meine 1. Obwohl ich bereue, dass ich mich jenen Mann verlassen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Reue zu sein, dass ich meinen Mann verlassen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Reue, weil ich meinen Mann verlassen habe, meine 1. Obwohl ich so enttäuscht von jener Schwester bin, weil sie so egoistisch ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, nicht enttäuscht darüber zu sein, dass meine Schwester egoistisch ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Enttäuschung über meine egoistische Schwester, meine 1. Obwohl ich Angst davor habe, verletzt zu werden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor dem Verletztwerden zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst davor, verletzt zu werden, meine 1. Obwohl ich meinem Mann nicht verzeihen kann, dass er mich während der Schwangerschaft nicht besser unterstützt hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, meinem Mann zu verzeihen, dass er mich in der Schwangerschaft nicht besser unterstützt hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Unfähigkeit zu verzeihen, weil mein Mann mich in der Schwangerschaft nicht unterstützt hat, meine 1. Obwohl ich einen Freundeskreis vermisse, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, einen Freundeskreis nicht zu vermissen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Vermissen von Freunden, mein 1. Obwohl ich mich immer von unpassenden Frauen angezogen fühle, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, von passenden Frauen angezogen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Desinteresse an passenden Frauen, mein 1. Obwohl ich wegen Anlass b nennen, verzweifelt bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, die Verzweiflung wegen Loszulassen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Obwohl ich es nicht verdient habe, nicht traurig darüber zu sein, dass mich verlassen hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Traurigkeit, weil ich von verlassen worden bin, meine 1. Obwohl ich oft so misstrauisch bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich weniger misstrauisch bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Mein ewiges Misstrauen, mein Formulierungsbeispiele zum Thema 4. Unterbrochener Senkrechter-Eltern-Kinder 1. Obwohl ich mich schuldig fühle, weil ich meine Mutter nicht lieben konnte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich schuldlos fühle, weil ich meine Mutter nicht lieben konnte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schuld meiner Mutter gegenüber, meine 1. Obwohl ich mich schuldig fühle, weil ich nicht gut genug zu meiner Großmutter war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich schuldlos fühle, weil ich nicht gut genug zu meiner Großmutter war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schuld, weil ich nicht gut genug zu meiner Großmutter war, meine 1. Obwohl ich mich schuldig fühle, weil ich meinem Sohn nicht die ideale Mutter war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich weniger schuldig fühle, weil ich meinem Sohn nicht die ideale Mutter war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schuld, nicht die ideale Mutter gewesen zu sein, meine 1. Obwohl ich meine Schwiegermutter nicht mag, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, meine Schwiegermutter zu mögen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Die Antipathie meiner Schwiegermutter gegenüber, die 1. Obwohl ich mich meinen Kindern gegenüber schuldig fühle, weil ich nicht genug Zeit für sie hatte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich meinen Kindern gegenüber weniger schuldig fühle, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schuldgefühle gegenüber meinen Kindern, meine 1. Obwohl ich Angst habe, dass meine Kinder nicht ihren Weg finden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, dass meine Kinder ihren Weg finden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Obwohl ich Angst habe, meinen Kindern später nicht mehr beistehen zu können, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, dass ich meinen Kindern später nicht beistehen kann, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, meinen Kindern später nicht mehr beistehen zu können, meine 1. Obwohl ich unter der Strenge Mienis Vaters litt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, nicht unter der Strenge meines Vaters zu leiden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Leiden unter der Strenge meines Vaters, mein 1. Obwohl ich wütend darüber bin, dass meine Mutter oft ungerecht war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, nicht wütend darüber zu sein, dass meine Mutter oft ungerecht zu mir war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Wut über die Ungerechtigkeit meiner Mutter, meine 1. Obwohl ich traurig darüber bin, dass meine Eltern meinen Bruder vorgezogen haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, nicht traurig darüber zu sein, dass meine Eltern meinen Bruder vorgezogen haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Traurigkeit über das Vorziehen meines Bruders durch meine Eltern, meine 1. Obwohl ich als Kind meinen Vater sehr vermisst habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, in meiner Kindheit meinen Vater nicht zu vermissen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das Vermissen meines Vaters, das 1. Obwohl ich als Kind sehr einsam war, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, als Kind weniger einsam gewesen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Einsamkeit als Kind, meine Formulierungsbeispiele zum Thema Unterbrochener senkrechter Strichberuf 1. Obwohl ich mich mit meinem Chef nicht verstehe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich mit meinem Chef zu verstehen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das mangelnde Verstehen mit meinem Chef, das 1. Obwohl ich unfähig bin, mich durchzusetzen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich durchzusetzen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Unfähigkeit, mich durchzusetzen, unterstrich meine 1. Obwohl ich mich damals von jenem Chef gedemütigt fühlte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich nicht von meinem Chef gedemütigt gefühlt zu haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Gefühl der Demütigung bei meinem Chef, mein 1. Obwohl das Geschäft mit den Aktien mich in finanzielle Sorgen gestürzt hatte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne finanzielle Sorgen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine finanziellen Sorgen, meine 1. Obwohl ich keine Lust habe, das Geschäft meines Vaters zu übernehmen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, Lust auf das Geschäft meines Vaters zu haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine fehlende Lust, das Geschäft meines Vaters zu übernehmen, meine 1. Obwohl ich Angst vor der Selbstständigkeit habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor der Selbstständigkeit zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst vor Selbstständigkeit, meine 1. Obwohl ich Angst habe, dass meine Firma pleite geht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, dass meine Firma pleite geht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Meine Angst, dass meine Firma pleite geht, meine 1. Obwohl ich Angst davor habe, arbeitslos zu werden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor der Arbeitslosigkeit zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, arbeitslos zu werden, meine 1. Obwohl ich Angst habe, dass mir die Ideen für meinen Beruf ausgehen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, dass mir die Ideen für meinen Beruf ausgehen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, zu wenig Ideen für meinen Beruf zu haben, meine 1. Obwohl ich mir im Beruf wenig zutraue, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mir im Beruf mehr zutraue, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein geringes Zutrauen im Beruf 1. Obwohl ich für meinen beruflichen Werdegang nicht die nötige Geduld habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mehr Geduld für meinen beruflichen Werdegang aufzubringen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Ungeduld in Bezug auf meinen beruflichen Werdegang, meine 3. Obwohl ich mich so ohnmächtig fühle, wenn mein Chef mir immer über den Mund fährt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 4. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich nicht ohnmächtig zu fühlen, wenn mein Chef mir über den Mund fährt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 5. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Ohnmacht gegenüber meinem Chef, meine 5. Unterstrich 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 1. Obwohl ich mich im Beruf überfordert fühle, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich im Beruf weniger überfordert zu fühlen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Gefühl des Überfordertseins in meinem Beruf, mein Formulierungsbeispiele zum Thema 1. Unterbrochener senkrechter Strich Geld 1. Obwohl ich Angst davor habe, mittellos dazustehen, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, mittellos dazustehen, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, mittellos dazustehen, meine 1. Obwohl ich Angst habe, im Alter arm zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 1. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, mittellos dazustehen, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, im Alter arm zu sein, meine 1. Obwohl ich Angst habe, dass die Bank mir die Finanzierung nicht gewährt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, dass mir die Bank die Finanzierung nicht gewährt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, dass die Bank mir die Finanzierung nicht gewährt, meine 1. Obwohl ich Angst habe, dass nie Sternmann mein Haus kauft, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, dass niemand mein Haus kauft, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, dass niemand mein Haus kauft, meine Formulierungsbeispiele zum Thema 1. Obwohl ich so gestresst bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Stress zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Gestresst sehen, mein 1. Obwohl ich das Gefühl habe, meine Pflichten wachsen mir über dem Kopf, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne das Gefühl dazustehen, dass mir meine Pflichten über den Kopf wach senden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Gefühle, den Pflichten nicht gewachsen zu sein, meine 1. Obwohl ich so gestresst bin, weil ich das Gefühl habe, mein Leben besteht nur noch aus Arbeit, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, weniger gestresst zu sein durch viel Arbeit, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Stress durch Überarbeitung, mein Formulierungsbeispiele zum Thema 1. Obwohl ich so traurig bin, dass mir jene Mutter gestorben ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich die Trauer über den Tod jene Mutter loslasse, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Traurigkeit, meine 1. Obwohl ich traurig darüber bin, dass die Freundschaft zu meiner Freundin zerbrochen ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Traurigkeit darüber zu sein, dass die Freundschaft zu meiner Freundin zerbrochen ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Traurigkeit über die zerbrochene Freundschaft zu meiner Freundin, meine 1. Obwohl ich in Trauer darüber bin, dass meine Verlobte bei einem Unfall gestorben ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, die Trauer loszulassen über den Tod meiner Verlobten, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Trauer über den Tod meiner Verlobten, meine Formulierungsbeispiele zum Thema Unterbrochener senkrechter Strich sucht schräg Strich Gier 1. Obwohl ich lauter Unsinn in mich hinein esse, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich kontrollierter esse, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein unkontrolliertes Essen, mein 3. Obwohl ich zu viel Brot, Nudeln und Süßigkeiten esse, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 4. Obwohl ich es nicht verdient habe, weniger Brot, Nudeln und Süßigkeiten zu essen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 5. Meine Kohlenhydratsucht, meine 1. Obwohl es mich immer wieder zum Spielautomaten zieht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 5. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Spielautomaten auszukommen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 6. Meine Sucht nach Spielautomaten, meine 1. Obwohl ich den Drang habe, meine Nägel abzukauen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 7. Obwohl ich es nicht verdient habe, den Drang zu verlieren, meine Nägel abzukauen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 8. Mein Drang, meine Nägel abzukauen, mein Formulierungsbeispiele zum Thema Unterbrochener senkrechter Strich allgemeine Probleme 1. Obwohl ich mich schäme, weil ich mich neulich so daneben benommen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich weniger schäme, weil ich mich so daneben benommen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 1. Meine Scham, weil ich mich daneben benommen habe, meine 1. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich es nicht wert bin, glücklich zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, das Gefühl zu haben, dass ich es wert bin, glücklich zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Mein Gefühl der Wertlosigkeit, mein 1. Obwohl ich immer diese Schuldgefühle habe, wenn ich glücklich bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Schuldgefühle zu sein, wenn ich glücklich bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schuldgefühle, meine 1. Obwohl ich keine Energie für Sport aufbringe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mehr Energie für Sport aufzubringen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Energielosigkeit in Bezug auf Sport, meine 1. Obwohl ich diese Lernschwäche habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich leicht lerne, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Lernschwäche, meine 1. Obwohl es mir so schwer fällt, mich zu konzentrieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass es mir leicht fällt, mich besser zu konzentrieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Unkonzentriertheit, meine 1. Obwohl ich mich unwohl fühle, wenn ich zu viel Fernsehen gucke, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich wohler zu fühlen, obwohl ich viel Fernsehen gucke, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Unwohlfühlen wegen meiner Fernsehleidenschaft, mein 1. Obwohl ich mich dafür schäme, dass ich Anlass benennen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich aufhöre, mich wegen zu schämen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Scham darüber, dass ich meine 1. Obwohl ich mich so schwer entscheiden kann, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich rascher zu entscheiden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Entscheidungsunfähigkeit, meine 1. Obwohl ich mich oft nicht an Dinge oder Geschehnisse erinnern kann, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich an Dinge oder Geschehnisse besser erinnern kann, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Meine Erinnerungsschwäche, meine Formulierungsbeispiele zum Thema 1. Unterbrochener senkrechter Strichäußeres Schrägstrich Optik 1. Obwohl ich Angst davor habe, alle Haare zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, meine Haare zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Angst vor Haarausfall, meine 1. Obwohl ich mich unattraktiv finde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, mich attraktiv zu finden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein unattraktives Aussehen, mein 1. Obwohl ich diese trockene und schuppige Haut habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, eine schöne Haut zu haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine trockene und schuppige Haut, meine 1. Obwohl ich zur Warzenbildung an Gesicht und Körper neige, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Warzen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Meine Warzen an Gesicht und Körper, meine Formulierungsbeispiele zum Thema 4. Unterbrochener senkrechter Strichkrankheiten 1. Obwohl ich Angst habe, dass meine Kinder krank werden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, dass meine Kinder krank werden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 1. Meine Angst, dass meine Kinder krank werden, meine 1. Obwohl ich immer kränklich bin, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Krankheiten zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Kränklichsein, mein 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor Krankheit zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Meine Angst, dass ich krank werde, meine 1. Obwohl ich Angst habe, dass ich im Alter ein Pflegefall werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, im Alter ein Pflegefall zu werden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 3. Meine Angst, im Alter ein Pflegefall zu werden, meine 1. Obwohl ich diese Allergie habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Allergie zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Allergie, meine 1. Obwohl ich bei dem kleinsten Fehlschlag Depressionen bekomme, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Depressionen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Depressionen bei dem kleinsten Fehlschlag, meine 1. Obwohl ich unter einem so schlechten Gedächtnis leide, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ein besseres Gedächtnis zu haben, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Leiden unter einem schlechten Gedächtnis, mein Formulierungsbeispiele zum Thema Schmerzen 1. Obwohl ich diese Schmerzen im Oberarm habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne die Schmerzen im Oberarm zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schmerzen im Oberarm, meine 1. Obwohl ich dieses Jucken auf dem Kopf habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne das Jucken auf dem Kopf zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mein Kopfjucken, mein 1. Obwohl ich diese Schmerzen im Oberarm zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Magenschmerzen, meine 1. Obwohl ich diese Schmerzen durch die Fasttauchung habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne diese Schmerzen von der Fasttauchung zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Schmerzen durch die Fasttauchung, meine Nach diesem Schema können Sie mit Ihrem persönlichen Thema jeweils eigene Formulierungen finden. Sie fügen die Sätze so dann direkt in Ihren Behandlungsablauf ein. Das Beklopfen in der Öffentlichkeit mit m.e.t Überall, wo man geht und steht, ist es möglich, sich mit den meridieren Energietechniken zu behandeln, ohne dass die einen umgebenden Menschen das bemerken. Die Methoden dafür sind ein wenig anders, nach meiner eigenen Erfahrung und den Aussagen meiner Patienten nach jedoch genauso effektiv wie die Behandlung, die Sie auf den vorhergehenden Seiten kennengelernt haben. Dazu möchte ich Ihnen verschiedene Techniken vorstellen, für die Sie die jeweils zur Situation passende auswählen. 1. Gesamter Behandlungsablauf Unterbrochener senkrechter Strich Stimmen Sie sich auf Ihr Thema ein, indem Sie intensiv daran denken unterbrochener senkrechter Strich reiben oder massieren Sie sich dazu den HP, heilenden Punkt, im Uhrzeigersinn und denken Sie die beiden Sätze zum Thema jeweils ca. 10 Mal. Obwohl ich diese Angst Habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und obwohl ich es nicht verdient habe, ohne die Angst vor zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Unterbrochener senkrechter Strich klopfen Sie dann kurz einmal auf den ab, Augenbrauen Punkt, und denken Sie Meine Angst, weil Meine Unterbrochener senkrechter Strich Das einmalige Klopfen Wiederholen Sie auf allen Behandlungspunkten Unterbrochener senkrechter Strich Klopfen Sie dann einmal kurz auf den Handrücken Punkt, hr, und lassen Sie Ihre Finger dort liegen, während Sie sich den Ablauf der Verankerung vorstellen. 2. Kurzform unterbrochener senkrechter Strich Sie beklopfen den hk, Handkanten Punkt, und wiederholen mindestens dreimal gedanklich. 3. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Oder 4. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Oder ich bin ganz und gar einverstanden mit mir. Oder ich nehme mich an, mit allen meinen Schwächen und Problemen. Mir fließen Energie und Liebe zu. Oder 5. Ich erledige alles mit Leichtigkeit. Oder 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 Sie sprechen Motivationssätze Ihrer Wahl, die Ihrer Selbstakzeptanz und Eigenliebe bedienen. Dieses kleine Behandlungssegment können Sie nicht oft genug ausführen. Es hilft sehr, sich selbst Sicherheit zu vermitteln und die Mühe aus dem Alltag zu nehmen. Kaum einem Menschen fällt es wohl auf, wenn Sie spielerisch auf Ihre Handkante klopfen. Dritten klopfen ohne Berührung mit Unver ergibt sich keine Gelegenheit, unbemerkt zu klopfen, oder man hat keine Hände frei. So wie es möglich ist, sich gedanklich auf ein Problem einzustimmen, kann man auch gedanklich Verbindung aufnehmen mit seinen eigenen Meridianpunkten. Stellt man sich intensiv vor, dass Sie beklopft würden, sind Sie ähnlich zu stimulieren, wie wenn die Handlung erfolgt wäre. Ich selbst sitze oftmals im Auto und nutze die Zeit, um mich gedanklich zu beklopfen. Damit hole ich verlorene Energie zurück, lasse kleine Ärgernisse hinter mir, nehme die Aufregung von einem Problem oder stimme mich einfach ein auf einen guten und glücklichen Tag. Vierten Sieben-Punkte-Programm Dabei werden die ersten sieben Behandlungspunkte sowie der Scheitelpunkt, SP, einmal beklopft, wobei beispielsweise laut der Satz gesprochen oder gedacht wird, obwohl ich Kopfschmerzen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Fünfter Thymusklopfen Auch diese Methode eignet sich hervorragend für zwischendurch. Das Thymusklopfen kann ebenfalls unbemerkt, zum Beispiel während des Laufens, mit entsprechend gedachten Formulierungen angewandt werden. Siehe die Thymusdrüse ist die Schaltstelle der Gefühle, Seite 52-53. Chronische Krankheit oder Schmerzen? Nur Mut. Auch körperliche Leiden lassen sich erfolgreich mit M.E.T. Behandeln. Mein Interesse an den meridieren Energietechniken bezog ich zunächst einmal auf die Anwendung in meiner psychologischen Praxis. Es war die Möglichkeit, Ängste, Traumen, Phobien bei meinen Patienten so rasch und erfolgreich zu behandeln, die mich so faszinierte. Und so wandte ich diese Methode in den ersten Monaten ausschließlich in diesem Bereich an. Aber, im Rahmen meiner Ausbildung in diesen Techniken war auch immer wieder die Rede von Erfolgen bei Schmerzbehandlung, ja auch sogar von Heilung chronischer körperlicher Erkrankungen wurde berichtet. In den Büchern von Callahan und Gallo sind ebenfalls beeindruckende Fälle beschrieben worden. In anderer Literatur konnte man darüber ebenfalls nachlesen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis auch ich mit solchen Behandlungen begonnen habe. Die Patienten selbst waren es, die mich indirekt zu diesen Einsätzen genötigt hatten. Automatisch, wenn es um psychische Probleme ging, kamen im Patientengespräch auch körperliche Beschwerden zur Sprache. So lag es schließlich nahe, dass ich in den Behandlungsablauf auch solche Anliegen mit einbaute. Ich gebe es zu, zuerst einmal probehalber. Von den erstaunlichen Ergebnissen bei psychischen Problemen hatte ich mich in unzähligen Fällen ja längst überzeugen können. Aber auf der körperlichen Ebene? Es war auch für mich nur schwer vorstellbar, dass auch Schmerzen mithilfe der meridieren Energietechniken verschwinden sollten. Nach und nach kamen die ersten Rückmeldungen von behandelten Patienten und die waren durchweg positiv. Na schön, dachte ich. Es handelt sich in solchen Fällen eben um Erkrankungen, die auch das Ergebnis einer energetischen Blockade sind. Werden diese Blockaden dann beseitigt, kann die Lebensenergie frei fließen und Heilung kann stattfinden. Heute behandle ich jede Art von Schmerzzuständen und alle körperlichen Beschwerden sehr erfolgreich mit den meridieren Energietechniken. Zusätzlich fordere ich meine Patienten auf, diese Methode selbst zu erlernen und sie täglich anzuwenden. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass eine energetische Fehlschaltung oftmals Heilung verhindert oder Rückfälle nach Besserung des Zustandes verursacht, siehe Seite 56. Da der kranke Mensch leichter immer wieder in den Zustand der energetischen Fehlschaltung zurückfällt, ist eine tägliche Korrektur, und das möglichst mehrmals, nötig, siehe Seite 57. Also auch diese Behandlungssegmente sollen so oft wie möglich angewandt werden. So haben viele Patienten mithilfe dieser Methode Schmerzfreiheit oder sogar Heilung erfahren, obwohl sie schon austerapiert waren und ihre Ärzte ihnen schwere Medikamente, aber kaum Hoffnung geben konnten. Meine Erfahrungen dürfen für einen Patienten keinesfalls Anlass sein, seine ärztlich verordneten Medikamente abzusetzen und ausschließlich die meridieren Energietechniken anzuwenden. Vielmehr kann diese Methode auf der Stelle parallel zu dem ärztlichen Behandlungskonzept genutzt weiden. Nach den ersten deutlichen Erfolgen können unter Aufsicht des behandelnden Arztes die Mittel ausschleichend derart herabgesetzt werden, wie die verringerten Beschwerden das erlauben. Bei folgenden körperlichen Erkrankungen habe ich bei meinen Patienten durch den Einsatz der meridieren Energietechniken zum Teil dramatische gesundheitliche Verbesserungen erlebt. Unterbrochener senkrechter Strich Fibromyalgie Schmerzen überall Unterbrochener senkrechter Strich Rheuma Hüftschmerzen Gliederschmerzen unterbrochener senkrechter Strich Knieschmerzen Besonders beim Laufen unterbrochener senkrechter Strich Migräne seit der Jugend Unterbrochener senkrechter Strich Schmerzen im rechten Oberarm Wie wenn ein Messer hineinschnitte Unterbrochener senkrechter Strich Allergien Verschiedener Art unterbrochener senkrechter Strich Akne und andere Hautunreinheiten Unterbrochener senkrechter Strich Energielosigkeit mit Antriebsarmut Unterbrochener senkrechter Strich Kraftlosigkeit erschöpft Nach jeder Arbeit unterbrochener senkrechter Strich Magenschmerzen Immer wiederkehrende Magengeschwüre Schrägstrich Magenschleimhaut Entzündungen unterbrochener senkrechter Strich Haarausfall bei Damen und Herren unterbrochener senkrechter Strich Gürtelrose immer wiederkehrend unterbrochener senkrechter Strich Erkältung Schrägstrich Grippe in den ersten Anfängen oder wenn sie fortgeschritten ist unterbrochener senkrechter Strich Herpes immer wieder ausbrechend unterbrochener senkrechter Strich Schwitzen übermäßiges unterbrochener senkrechter Strich Gelenkschmerzen an allen Gliedern Rückenschmerzen ziehend, reißend Frauenbeschwerden während der Menstruation oder in den Wechseljahren Frauenbeschwerden Eitriger Ausfluss nach Gebärmutter Entfernung Entzündungen Nagelbett Operation Linderung der Narkose Folgen Aids Kraftlosigkeit und Erschöpfung Zu meiner eigenen Verblüffung und erst recht der der Betroffenen verschwand ein Teil ihrer Beschwerden nach wenigen Tagen Das habe ich besonders bei Allergien erlebt, aber auch bei Herpes und Migräne Grippe, wird sie im Anfangsstadium beklopft, kommt oft kaum noch zum Ausbruch. Genauso zeigt es sich bei beginnenden Kopfschmerzen oder Magenschmerzen. Es lohnt sich bei allen Beschwerden immer und grundsätzlich der Einsatz der Meridian-Energie-Techniken. Ich habe tatsächlich noch niemals einen Fall erlebt, wo nicht zumindest eine deutliche Besserung zu erzielen war. Freilich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie es sein kann, dass eine Methode, die auf der psychischen Ebene wirkt, so erfolgreich auch bei physischen Problemen eingesetzt werden kann. Die Ursache ist nach meiner Auffassung darin zu finden, dass wohl jeder Krankheit, ob seelischer oder körperlicher Natur, eine energetische Blockade in den Meridianen zugrunde liegt. Können diese beseitigt werden, steht oft der Heilung nichts mehr im Wege. Jeder kann selbst ausprobieren, welche Heilmöglichkeiten es mit Hilfe der Meridian-Energie-Techniken für ihn gibt. Dazu benötigt er nur seine Fingerspitzen und den Entschluss, täglich wenige Minuten Einsatz zu bringen. Egal wie krank Sie sind, fassen Sie Mut und behandeln Sie Ihre Beschwerden. Denn Resignation ist schließlich das Traurigste von allem, nicht wahr? Und ich verspreche Ihnen, dass Sie mit Hilfe der Meridian-Energie-Techniken eine deutliche Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes erreichen und sich weitaus glücklicher fühlen können als zuvor. Nehmen Sie mich also beim Wort und fangen Sie einfach an. Rainer Franke Diplom Psychologe, Palma de Mallorca und Hamburg Fallbeispiele Aus der psychologischen Praxis Angst vor Menschenansammlungen Frau N. wurde von ihrer Schwester in meine Praxisräume in Hamburg begleitet. Sie erzählte mehr von ihrer Angst, alleine auf die Straße zu gehen. Seit 15 Jahren würde sie es nur an der Hand einer anderen Person wagen, überhaupt das Haus zu verlassen. Mehrere Therapien und auch eigene Willensanstrengungen hatten leider nicht gefruchtet. Frau N. hatte vielmehr den Eindruck, als verstärkten sich die Angstgefühle von Jahr zu Jahr. Sie führte deshalb schon fast ein Einsiedlerleben und war sehr unglücklich. Da die Patientin ihre Situation unbedingt verbessern wollte, wurde erneut ein Therapieversuch unternommen. Dazu waren bislang schon 20 Stunden Verhaltenstherapie absolviert worden. An den Angstzuständen hatte sich dadurch jedoch nichts verändert. Deshalb wollte sie sich nun zusätzlich mit M.E.T. behandeln lassen. Eigentlich kam sie ohne große Hoffnung. Aber sie wollte wenigstens den Versuch unternommen haben, zumal eine Bekannte mit meiner Hilfe ihre Nikotinsucht aufgeben konnte. Ich ging nicht weiter auf die Skepsis von Frau N. ein, sondern formulierte mit ihr gemeinsam ihre vordergründig stehen Ängste. Meine Angst vor Menschen, meine Angst vor Menschenansammlungen. Nachdem wir mit diesem Wort laut die zwei Durchgänge beklopft hatten, konnte sich Frau N. vorstellen, mit mir gemeinsam vor die Tür zu gehen. Dazu muss ich bemerken, dass meine Praxis in Hamburg auf einem sehr belebten Platz liegt. Wir gingen also gemeinsam auf die Straße. Dort schlug ich der Patientin vor, zunächst einmal nur 10 Meter von mir wegzugehen und dann gleich wieder zurückzukommen. Sie aber ging gleich 20 Meter weit, ohne sich umzudrehen. Ihr Gang war erstaunlich sicher. Dann drehte sie sich um und kam langsam wieder auf mich zu. Sie berichtete mir, dass sie völlig angstfrei habe gehen können, nicht zitternd und schwankend, wie sie das seit Langem gewohnt war, obwohl sie ja sonst noch von einer Hand gestützt wurde. Sie konnte das gar nicht recht fassen, da sie sich seit so vielen Jahren nicht gewagt hatte, auch nur wenige Schritte ohne Hilfe zurückzulegen. Frau N. wirkte wie euphorisiert und wollte nun versuchen, alleine bis zur Mitte des Platzes zu gehen. Sie legte diesen weg und auch den Rückweg ohne den befürchteten Angstanfall respektive eine Panikattacke zurück. Ich schlug ihr nun vor, dass sie ohne meine Begleitung in meine Praxis zurückgehen solle, ich würde ihr dann langsam in großem Abstand folgen. Auch diese Hürde nahm meine Patientin mit Bravoda und empfing mich freudestrahlend vor meiner Tür. In meiner Praxis angekommen, besprachen wir das Erreichte. Frau N. begann vor Rührung zu weinen. Sie fühlte sich, als wäre sie einem 15 Jahre währenden Albtraum entronnen. Sie konnte gar nicht fassen, dass nur eine einzige Stunde gereicht haben sollte, um den Spuk zu beenden. Einen nächsten Termin verabredete ich mit Frau N., damit wir weitere Lebensthemen auflösen konnten. Einige Tage nach dieser ersten Behandlung rief eine glückliche Frau N. bei meiner Frau an und meldete sich zusätzlich zu einem m.e.t. Selbsthilfe-Seminar an, weil sie selbst nun auch aktiv an ihrer Gesundheit mitarbeiten wolle. Eine Seminarteilnahme inmitten einer Gruppe von Menschen wäre vorher für Frau N. undenkbar gewesen. Behandlungsablauf einstimmen auf das Thema, Angst vor Menschentümmus klopfen. Punkt Ich hebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich diese Angst vor Menschen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor Menschen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst vor Menschen, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Angst vor Menschen Ansammlungen Du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Angst vor Menschen Ansammlungen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst vor Menschen Ansammlungen zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst vor Menschen Ansammlungen, meine Verankern, Handrückenserie Erlebter Missbrauch in der Kindheit Eine meiner Patientinnen, Frau L., eine großgewachsene, schlanke Frau von Anfang 50, schien mir bei der ersten Begegnung seelisch sehr belastet. Das zeigte sich auch in ihrem blassen Gesicht. Ihre Augen waren traurig und wirkten wie erloschen. Frau L. harte von mir durch eine erfolgreich behandelte Freundin, die sich überraschend schnell von ihren Depressionen verabschieden konnte, gehört. Sie sagte mir, dass sie seit etwa einem halben Jahr ihre gesamte Lebensfreude verloren hätte. Sie müsse jetzt immer an den in der Kindheit erlebten, über Jahre währenden Missbrauch durch ihren Vater denken. Nie hatte sie darüber sprechen können. Sie hatte sich nun aber ihrem Mann anvertraut. Alleine könne sie mit den Erinnerungen nicht mehr fertig werden. Eigentlich habe sie nach einer Frau Ausschau gehalten, die ihr seelischen Beistand leisten sollte. Aber aufgrund der positiven Berichte ihrer Freundin erhoffte sie Hilfe von der Methode, die ich praktiziere. Schon in der ersten Sitzung konnte meine Patientin Wut auf die erlebten Situationen entwickeln. Es war dann nicht mehr schwer, diese aufzulösen. Nur noch ein einziger Termin wurde absolviert. Danach besuchte Frau L. auch noch mein Selbsthilfeseminar. Heute hat sie ihre Lebenslust wieder völlig zurückgewonnen. Das wirkt sich äußerst positiv auch auf ihre Ehe und ihr Berufsleben aus. Das kann man übrigens auch aus dem Äußeren meiner Patientin ablesen. Sie ist nun wieder eine strahlende Erscheinung, kann herzlich lachen und sich über das Leben freuen. Behandlungsablauf Einstimmen auf das Thema, erlebter Missbrauch du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Apostroph Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich darunter leide, dass ich von meinem Vater als Kind missbraucht wurde, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, nicht unter dem Missbrauch durch meinen Vater zu leiden, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Mein Leiden unter dem Missbrauch durch meinen Vater, mein Verankern, Handrücken-Serie Einstimmen auf das Thema, Wut auf den Vater, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich solche Wut auf meinen Vater habe, weil er mich als Kind missbraucht hat, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Apostroph Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut auf meinen Vater zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Wut auf meinen Vater, meine Verankern, Handrücken-Serie Einstimmen auf das Thema, Wut auf die Mutter, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich solche Wut auf meine Mutter habe, weil sie mich nicht vor meinem Vater beschützt hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut auf meine Mutter zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Wut auf meine Mutter, meine Verankern, Handrücken-Serie Massive Existenzangst Bei einem Unternehmer Vor einigen Monaten suchte mich ein weißhaariger, sehr selbstbewusst auftretender Herr mit Namen Alfred K. auf. Es stellte sich im Gespräch heraus, dass dieser ein bekannter Industrieunternehmer war, der mit seinen beiden Söhnen und seiner Tochter auch international agierende Firmen betrieb. Seit mehr als einem Jahr waren seine Betriebsumsätze jedoch stark rückläufig. Dies resultierte aus der allgemeinen Wirtschaftslage, den Geschehnissen am 11. September 2001, der Einführung des T, Euro und der Zurückhaltung auf dem gesamten Kapitalmarkt. So sah sich mein Patient genötigt, seine gesamte Betriebsstruktur zu verändern. Das schloss auch die Entlassung von langjährigen Mitarbeitern, die Aufnahme von zusätzlichen Krediten und das Erschließen neuer Absatzmöglichkeiten ein. Dazu hätte er auch die Kraft, beschrieb Herr K. seine Aufgaben. Wenn mir die Angst nicht wäre. Er berichtete, dass er nachts oft stundenlang wach liege und grübele. An ein Schlafen sei dann nicht mehr zu denken. Und am Tage, wenn seine Situation ihm während seiner Arbeit bewusst werde, habe er regelrechte Panikattagen. Es war ihm dann so, als ob er förmlich spürte, wie im Adrenalin ins Blutschöße. Sein Herz war dann kaum zu beruhigen. Solche Erlebnisse überlagerten also Tage und Nächte, raubten die Energie und den Schlaf, die er doch so dringend für seine Pflichten benötigte, und sie erlaubten keinen Lebensgenuss mehr. In dem geschilderten Fall ist es tatsächlich innerhalb einer einzigen Sitzung gelungen, dem Mann die verlorene Ruhe zurückzugeben. Er berichtete mir beim zweiten Besuch, dass er nur noch zweimal ganz kurz etwas Angst verspürt hatte, diese jedoch unverzüglich durch Eigenbehandlung in den Griff bekommen konnte. E.T. sei sehr, sehr dankbar, dass er jetzt wieder seine ganze Arbeitskraft zur Verfügung habe. Er zeigte sich jetzt auch optimistisch, seine Firma wieder über die Runden, zu bringen. Behandlungsablauf Einstimmen auf das Thema, Angst, die Existenz zu verlieren, Tymus klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze 1. Obwohl ich Angst davor habe, meine Existenz zu verlieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Existenzangst zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz 2. Meine Angst, die Existenz zu verlieren, meine 3. Verankern 4. Handrückenserie 5. Einstimmen auf das Thema, Mittellosigkeit Tymus klopfen 6. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. 7. Vorbereitungssätze 1. Obwohl ich Angst davor habe, gänzlich ohne Mittel dazustehen, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, ohne Mittel dazustehen, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst, ohne Mittel dazustehen, meine Verankern Handrückenserie 1. Einstimmen auf das Thema, Armut im Alter Tymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze 1. Obwohl ich Angst davor habe, im Alter arm zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. 2. Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, im Alter arm zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst, im Alter arm zu sein, meine Verankern Handrückenserie Eingeschränkte Sexualität Nach Operation Die Entfernung der Gebärmutter ist für viele Patientinnen ein einschneidendes Problem, das sich schicksalhaft auswirken kann. Die körperlichen Beschwerden, die oft als Folge auftreten, sind dadurch ausgelöst, dass ein hervorragend funktionierender Regelkreis brutal durchbrochen ist. Die Hormonproduktion, auf welche die verschiedenen Körpersysteme angewiesen sind, ist dann nur noch teilweise vorhanden oder wirkt nicht mehr bestimmungsgemäß. Dadurch wiederum kann es sein, dass auch die Gefühlswelt der Betroffenen in Mitleidenschaft gezogen ist. Sind es doch in diesem Fall besonders die Sexualhormone, die nicht mehr ausreichend gebildet werden, die aber ein wichtiger Motor für den Energielevel eines Menschen sind. Auch Empfindungen und Stimmungen sind dadurch stark beeinflusst. Hinzu kommt, dass eine Patientin sich ohne ihre Gebärmutter oft nicht mehr als vollwertige Frau fühlt. Genauso war es bei Frau S., 52 Jahre, die mich in meiner Praxis aufsuchte, weil sie jetzt große Probleme mit ihrem Mann hatte. Sie beide waren seit 35 Jahren glücklich verheiratet und hatten eigentlich immer ein erfülltes Sexualleben gehabt. Vor zwei Jahren nun musste sich Frau S. die Gebärmutter entfernen lassen. Danach war nichts mehr so, wie es sein sollte. Im Bett lief es einfach nicht mehr. Frau S. hatte seit der Operation Angst vor Schmerzen. Sie hatte das Gefühl, einen Ring um die Scheide zu haben. Sie konnte einfach nicht mehr locker sein und verkrampfte sich total. Außerdem sei sie so naugelig und unzufrieden geworden, wie sie selbst sich gar nicht kannte. Ihr Mann verstand die Welt nicht mehr. Frau S. verstand sich auch nicht. Dies alles sei erst seit der Operation so. Sie mochte gar nicht mehr daran denken, dass ihr dabei ein Organ herausgezogen worden sei. Auch die Narkose hatte sie albtraumhaft erlebt. Insgesamt sei sie auch sauer auf ihren Arzt, der in keiner Weise auf sie und ihre Nöte eingegangen sei und sie auch nicht auf die Zeit danach vorbereitet habe. Ohne weiter auf Einzelheiten einzugehen, wurde von mir zunächst folgender Satz beklopft. Mein Gefühl, dass ich nicht mehr so gut funktioniere durch die Operation. Nachdem dieses Thema von Frau S. mit Null auf der Skala bemessen wurde, formulierten wir den nächsten Satz. Meine Angst, dass es mir wehtut beim Geschlechtsverkehr. Nach diesem Durchgang fühlte sich die Patientin ganz locker und bekam jetzt Zugang zu ihren Aggressionen. Dazu formulierte sie den Satz. Mein Zorn auf den Arzt, der nicht auf mich eingegangen ist. Diesen Durchgang wiederholten wir und beschäftigten uns auch mit der Wut darüber, dass ihr etwas aus dem Körper genommen wurde und sie dafür keine Alternative gehabt hatte. Nach der recht umfangreichen Behandlung berichtete mir die Patientin, dass es ihr im Moment gut gehe. Sie habe jetzt das Gefühl, ist passiert, regt mich nicht auf. Die Patientin verließ sehr zuversichtlich meine Praxis und will mir berichten, wie es ihr in der Ehe nun geht. Behandlungsablauf Einstimmen auf das Thema, sexuelle Probleme nach Operation Thymus klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich die Angst habe, seit der Operation nicht mehr richtig zu funktionieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, seit der Operation nicht richtig zu funktionieren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst, nicht richtig zu funktionieren nach der Operation, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Angst vor Schmerzen beim Geschlechtsverkehr Thymus klopfen. Ich hebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Angst habe, dass es mir wehtut beim Geschlechtsverkehr, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, dass es mir beim Geschlechtsverkehr, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Behandlungssatz Meine Angst, dass es mir wehtut beim Geschlechtsverkehr, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Zorn auf den Arzt Thymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Zorn habe auf den Arzt, weil er nicht auf mich eingegangen ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Zorn auf den Arzt zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Mein Zorn auf den Arzt, weil er nicht auf mich eingegangen ist, mein Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Restwut auf den Arzt Thymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich noch eine Restwut habe auf den Arzt, weil er nicht auf mich eingegangen ist, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Restwut, auf den Arzt, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Wut, weil mir was rausgenommen wurde Thymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Wut habe, weil mir der was rausgenommen wurde und ich keine Alternative hatte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut zu sein, weil mir der was rausgenommen wurde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Wut, weil mir der was rausgenommen wurde, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Restangst vor Schmerzen beim Geschlechtsverkehr Thymus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich noch eine Restangst habe, dass es mir beim Geschlechtsverkehr wehtut, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Restangst zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Restangst, dass es mir beim Geschlechtsverkehr wehtut, meine Verankern, Handrückenserie Geschäftstüchtig zu sein Ist Unmoralisch Ein Patient hatte mir von einem Freund erzählt, der sich selbstständig gemacht habe. Obwohl dieser sehr fleißig und umtriebig sei, komme er nicht so recht zu Potte. Das Konzept würde stimmen, er habe gute Geschäftsräume, die Kontakte seien in Ordnung. Alles, alles sei eigentlich perfekt, dennoch komme kaum genug Geld in die Kasse, tun Miete und Licht zu bezahlen. Sein Freund Reginald F. sei schon ganz verzweifelt. Mein Patient, der selbst bei mir innerhalb weniger Behandlungen seine wichtigsten Lebensprobleme hatte zurücklassen können, meinte nun, mit den meridieren Energietechniken müsste sich doch auch ein Weg für seinen Freund finden lassen. In Herrn F. begegnete mir dann auch wirklich ein smarter junger Mann, den man optisch gleich als Geschäftsmann ausmachen konnte. Die Einzelheiten, die er mir von seiner Selbstständigkeit erzählte, bestätigten die Schilderungen seines Bekannten. Sehr schnell ermittelte ich, dass Herr F. trotz seines Ehrgeizes und seines Willen, erfolgreich zu sein, ein gestörtes Verhältnis zum Geld verdienen hatte. Ja, das Geld an sich war ihm nicht recht geheuer. Er kam aus einer sehr religiösen Familie, die nicht sehr begütert war. Geld wurde von seinen Eltern als Teufelswerk betrachtet und als notwendiges Übel in Kauf genommen, um die Familie zu ernähren. Herr F. war aufgewachsen in dem Gedanken, dass Geld etwas Schlechtes sei und das Verdienen von viel Geld nicht mit rechten Dingen zu gehen könne. Er untergrub mit seiner Einstellung selbst seine eigenen Geschäftsbemühungen, ohne dass er seine destruktive Rolle dabei erkannte. Seine Glaubenssätze waren so tief in ihm verankert, dass wir mehrere Behandlungssitzungen absolvieren mussten, bevor Herr F. in der Lage war, seine Geschäfte so zu führen, dass seine fleißigen Einsätze dann endlich auch von Erfolg gekönnt waren. Behandlungsablauf Ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich das Geld nicht ausreichend achte und irre, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, das Geld ausreichend zu achten und zu ehren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine zu geringe Achtung dem Geld gegenüber, meine Verankern Handrückenserie Flugangst Eine Patientin, Frau Zett, 43 Jahre alt, hatte sich in meiner Praxis in Hamburg angemeldet, weil sie hoffte, von ihrer Flugangst befreit zu werden. Ich kannte Frau Zett schon lange, denn ich hatte ihr vor einigen Jahren therapeutisch beistehen können, als sie ihren ersten Mann durch einen Unfall verloren hatte. Damals hatten wir in einer Reihe von Sitzungen ihre Tiefertrauer aufgearbeitet, aus der sie aus eigener Kraft nicht mehr herausgefunden hatte. Heute würde ich solche Trauerzustände mit M.E.T. behandeln. Ich habe gerade bei diesem Thema herausragende Erfahrungen damit gemacht. Nun aber kommt Frau Zett mit einem viel profanieren Problem. So wie sie es mir schildert, macht sie dieses aber sehr unglücklich und stört die Gemeinschaft mit der Familie. Frau Zett hat Flugangst. Dazu muss erläutert werden, dass sie als Witwe mit drei Kindern einen alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern geheiratet hat. Alle zusammen sind eine große, glückliche Familie geworden. Herr Zett ist ein sehr sportlicher Mensch und unternehmungslustig. Er unternahm Urlaubsreisen in ferne Länder, ans Meer zum Tauchen und Segeln, zum Skifahren in die Schweiz, zum Bergsteigen nach Chile, zum Wandern nach Portugal oder zum Radfahren nach Mallorca. Er mochte so oft es geht unterwegs sein, und das mit dem ganzen Familientross im Schlepptau. Alle genossen es, so mobil zu sein, zumal der neue Familienvater erfolgreich selbstständig war und man nicht auf den Cent achten musste. Eine Familie im Glück also. Wenn, ja wenn die Flugangst von Frau Zett dicht gewesen wäre. Wenn die Reiseziele sich auf Europa beschränkten, gab es ja die Möglichkeit, dass die Mutier mit dem Auto oder Zug hinterher reiste. Sie war dann manchmal 15 Stunden unterwegs, wenn die Kids sich längst in den Wellen tummelten. Richtigen Stress gab es bei Fernreisen. Die mussten ohne Frau Zett stattfinden, weil sie es einfach nicht über sich brachte, ein Flugzeug zu besteigen. Ja, schon bei dem Gedanken, die Reise zu buchen, geriet sie bereits in Panik. Es gab dann nur zwei Möglichkeiten, die Familie verzichtete auf ein Traumziel oder Frau Zett blieb daheim. Beide Lösungen rührten zu Frust auf beiden Seiten. Um ihr Familienglück nicht zu gefährden, ersuchte Frau Zett um Hilfe bei mir. Als ich ihr von der neuen Methode erzählte, ließ sich Frau Zett etwas ungläubig auf einen Versuch damit ein. Eigentlich hatte sie dafür mit einer ganzen Reihe von Therapiesitzungen gerechnet. Sie staunte nicht schlecht, dass sie nach nur drei Behandlungssegmenten auf der Verte-Skala keine Gemütserregung mehr angeben konnte. Allerdings blieb sie bei der festen Überzeugung, dass der Gefühlsstress zurückkehren würde. Ich stimmte also zu, als Frau Zett auf einen weiteren Behandlungstermin bestand. Dieser fand nur wenige Tage später statt Frau Zett kam freudestrahlend in die Praxis und berichtete, dass sie mit ihrem Mann übers Wochenende nach Paris geflogen war. Weder das Buchen noch der Flug hatten ihr Probleme bereitet. So beklopften wir in nur noch einem einzigen Durchgang eine winzige Restangst. Dafür blieb dann die Zeit, uns mit weiteren Lebensthemen zu beschäftigen. Behandlungsablauf Einstimmen auf das Thema, Flugangst du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich diese Flugangst habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Flugangst zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Flugangst, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Angst abzustürzende muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Angst davor habe, dass das Flugzeug abstürzt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst davor zu sein, dass das Flugzeug abstürzt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst abzustürzen, meine Verankern, Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Angst vor Unwetterte muss klopfen. Ich hebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich Angst davor habe, dass das Flugzeug in ein Unwetter gerät, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, dass das Flugzeug in ein Unwetter gerät, hebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst davor, dass das Flugzeug in ein Unwetter gerät, meine Verankern Handrückenserie Nadine ist Bettnässerin Als Herr S. einen Behandlungstermin für seine Stieftochter Nadine mit mir vereinbaren wollte, erzählte er mir gleich am Telefon, es gehe darum, dass Nadine Bettnässerin sei und dass sie, die Eltern, am Ende seien mit ihrem Latein. Auf meine Frage erfuhr ich, dass das Mädchen neun Jahre alt sei. Ich bat darum, dass mich die Eltern erst einmal alleine, ohne das Kind aufsuchen sollten. Als die beiden kamen, fiel mir auf, dass sie sehr liebevoll miteinander umgingen. Sie erzählten mir dann auch, dass sie seit einem Jahr verheiratet waren und kürzlich eine kleine Tochter bekommen hätten. Sorgen machte ihnen die ältere Tochter, die Frau S. mit in die Ehe gebracht hatte. Frau S. war vorher alleinerziehend gewesen. Der leibliche Vater hatte sich bisher gar nicht um Nadine gekümmert und auch keinen Unterhalt gezahlt. Um sich ohne die Kleine durchzubringen, hatte Frau S. nachts gearbeitet. So konnte sie wenigstens am Nachmittag für das Kind da sein. Die Kleine aber war äußerst schwierig, bockig, aufsässig und verschlossen. Außerdem war sie noch immer Bettnässerin. Da hatte weder liebevolle Nachsicht geholfen, noch Vorwürfe, Schelter oder Bestrafungen. Nadine näßte praktisch jede Nacht ein. Auch Arztbesuche blieben völlig ergebnislos. Angeblich aber war das Kind körperlich gesund. Der Hausarzt überwies das Mädchen dann an eine Psychologin. Diese stellte fest, dass möglicherweise die Lebenssituation der kleinen Familie der Grund für das regelmäßige Bettnässen sei. Frau S. lernte dann bald ihren heutigen Mann kennen und freute sich auch für Nadine, dass diese nun endlich auch eine Vaterfigur in ihrem Leben hatte. Als dann noch geheiratet wurde und ein Baby sie anmeldete, schien das Glück perfekt. Gewiss würde sich nun auch das Problem mit den nächtlichen Überschwemmungen, geben. Das jedoch erledigte sich keineswegs. Als die Mutter im Krankenhaus war, um das Baby zu entbinden, blieb die Große. Bei einer Freundin der Familie. Frau S. hatte vorher Moldontücher besorgt, damit die Betten ihrer Freundin nicht für immer ruiniert würden. Aber, die befürchteten Pannen blieben aus. Nadine machte in den ganzen zehn Tagen, die sie in der fremden Familie weite, nicht ein einziges Mal ins Bett. Herr und Frau S. waren überglücklich, als sie das hörten. Als alle wieder daheim waren, rief Frau S. ihre Freundin gleich aufgeregt an und berichtete ihr, dass Nadine gerade auf das feine, weiche Schafsfell, das für das Baby bestimmt war, Pipi gemacht hatte. Sie wusste nun einfach nicht mehr weiter. Dabei hatten sie und ihr Mann sich jetzt besonders um Nadine bemüht, damit sie sich nicht etwa wegen des Säuglings zurückgesetzt fühlen müsste. Und nun das. Nachdem ich den Eltern meine Behandlungsmethode erklärt hatte, waren sie bereit, mit Hilfe der Meridian-Energie-Techniken für Nadine die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie sich in der Familie willkommen und sicher fühlen konnte. Ich beklopfte also Vater und Mutter in einer Sitzung. Wenige Tage später war ich auch mit Nadine verabredet. Obwohl sie anfänglich sehr verschlossen war, konnte ich doch allmählich Zugang zu ihr finden. Ich freute mich, dass sie sich auf die Behandlung einließ. Sie hat seither übrigens nicht einmal mehr ins Bett gemacht. Behandlungsablauf Die Mutter einstimmen auf das Thema, Ärger über Bettnässen von Nadine Themus klopfen. Ich hebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich mich darüber ärgere, dass Nadine immer wieder ins Bett macht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Ärger darüber zu sein, dass Nadine ins Bett macht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Mein Ärger auf Nadines Bettnässen, mein Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Wut auf Nadine Themus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich so eine Wut auf Nadine habe, weil das Bettzeug immer nass ist und das ganze Bett stinkt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut auf Nadine zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Wut auf Nadine, weil das Bett immer nass ist, meine Verankern Handrückenserie Behandlungsablauf Der Vater einstimmen auf das Thema, Enttäuschung über Nadine Themus klopfen Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich so enttäuscht bin, weil ich keinen Zugang zu Nadine finde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Enttäuschung darüber zu sein, dass ich keinen Zugang zu Nadine finde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Enttäuschung, dass ich keinen Zugang zu Nadine finde, meine Verankern Handrückenserie Behandlungsablauf Nadine Behandlungsablauf Nadine Einstimmen auf das Thema, fühle mich vernachlässigt Thymus klopfen, ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich mich von meiner Mutter vernachlässigt fühle, weil sie so wenig Zeit für mich hat, finde ich, dass ich ein tolles Mädchen bin. Zwei Obwohl ich es nicht verdient habe, dass ich mich nicht vernachlässigt fühle, weil meine Mutter weniger Zeit für mich hat, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Mein Gefühl, vernachlässigt zu werden, mein Verankern Handrückenserie Angst Vor dem Reden In der Öffentlichkeit Helga S. rief mich eines Tages in meiner Praxis in Palma an, um zu erfragen, ob ich ihr helfen könne, ihre Angst vor Auftreten in der Öffentlichkeit zu mindern. Sie mache gerade Urlaub und könnte sich, für eine Behandlung jetzt etwas Zeit nehmen. Nachdem ich einen Termin mit ihr vereinbart hatte, sagte sie mir noch, dass sie selbst nicht verstehen könne, weshalb sie solche Probleme habe, vor versammelten Menschen zu sprechen. Schließlich sei sie Unternehmensberaterin und durchaus versiert in der Menschenführung. Entsprechend trat Frau Helga S. auf. Sie war eine schicke Frau, Anfang 40, von der man sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass sie von irgendwelchen Ängsten auch nur ansatzweise geplagt sein könnte. Sie versicherte mir jedoch, dass sie regelrecht Todesängste verspüren würde, wenn sie nur daran dächte, vor einem Saal voller Menschen zu stehen. Sie hatte dann das Gefühl, die Luft würde ihr abgeschnürrt. Schweißausbrüche überfielen sie derart, dass nicht daran zu denken war, bei solchen Auftreten beispielsweise eine seidene Bluse anzuziehen. Frau Helga S. hatte sich diesbezüglich schon mehrfach psychologisch beraten lassen und auch einmal eine Therapie absolviert. Auch beruhigende Medikamente halfen ihr nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Zusätzlich zu dem inneren Stress kam dann noch, dass sie sich wie gelähmt fühlte. Ansonsten aber war Frau Helga S. in ihrem Beruf sehr erfolgreich. Leider konnte sie mit niemandem aus ihrem Kollegenkreis oder mit den jeweiligen Auftraggebern über ihre Note sprechen. Sie hatte viel zu große Angst davor, dass sie das beruflich abwerten würde. Ich stellte meiner neuen Patientin die Frage nach ihrer Kindheit. Wie hatte sie die Schule erlebt? Wie war die Situation in ihrem Elternhaus? Beides schilderte Frau Helga S. als nicht so erfreuliche Erfahrungen. Sie war die zweitälteste von sechs Geschwistern. Eigentlich hatte sie sich immer etwas zurückgesetzt gefühlt, da den jüngeren Geschwistern wesentlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde als ihr. Wenn sie mit schlechten Noten heimkam, schimpfte der Vater und meinte, seine Intelligenz hätte er gewiss nicht auf sie vererbt. Im Übrigen mussten die Kinder daheim den Mund halten und durften in Gegenwart ihrer Eltern nur sprechen, wenn sie gefragt wurden. Ähnlich verhielt es sich auch in der Schule. Ihre Lehrer waren ungewöhnlich streng und Frau Helga S. war sehr ungern zur Schule gegangen. Sie war froh, als sie die Schulzeit endlich hinter sie gebracht hatte. Erst in der Lehre erwies sie sich als ausgesprochen geschickt im Umgang mit Kunden und wurde dafür von ihren Chefs, einem freundlichen älteren Ehepaar, sehr gelobt. Demzufolge schloss sie ihre Lehre mit ausgezeichneten Noten ab. Der Ehrgeiz in Frau Helga S. war nun gewegt. So stieg sie die Karriereleiter hinauf und gehörte nun, mit gerade einmal 40 Jahren, zu den gefragtesten Unternehmensberatern ihrer Branche. Wenn nur die Räderhemmung nicht gewesen wäre. Mir war sehr schnell klar, aus welchen Erlebnissen heraus sich ihre Ängste entwickelt hatten. So nannte mir Frau Helga S., die ihren Gefühlssträß anfänglich mit 9 angegeben hatte, nach der Behandlung nur noch die 1 als Bemessungswert auf der Skala. Im Prinzip hätten wir es damit auf sich beruhen lassen können. Nur zur Sicherheit verabredeten wir jedoch einen neuen Termin, zu dem sie extra angeflogen kam, denn die Urlaubszeit war ja beendet. Nun erzählte mir Frau Helga S., dass sie gar nicht mehr verstehen könne, wofür sie sich früher so gefürchtet habe. So befreit habe sie noch nie in ihrem Leben eine Rede gehalten, wie nach der Behandlung mit den Meridian-Energie-Techniken. Seit einem Seminarbesuch in Deutschland nun gehört Frau Helga S. zu meinen fleißigsten Selbstanwendern und hat bereits viele Lebensprobleme auflösen können. Behandlungsablauf Einstimmen auf das Thema, Angst vor dem Reden auf einer großen Versammlung te muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens obwohl ich diese Angst vor dem Reden habe, wenn ich auf einer großen Versammlung sprechen muss, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst beim Reden zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst vor dem Sprechen auf einer großen Versammlung, meine Verankern Handrücken-Serie Einstimmen auf das Thema, sprechen, ohne dass man gefragt wird, du musst klopfen. Ich hebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens obwohl ich diese Hemmung habe, weil meine Eltern mir immer den Mund verboten haben, wenn ich etwas sagte ohne gefragt zu sein, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Hemmung etwas zu sagen ohne gefragt zu sein, lieber und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Behandlungssatz Meine Hemmung beim Sprechen ohne gefragt zu sein, meine Verankern Handrücken-Serie Einstimmen auf das Thema, Angst, etwas Falsches zu sagen, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens obwohl ich als Kind immer Angst davor hatte, etwas Falsches zu sagen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Angst zu sein, dass ich etwas Falsches sage, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Angst, etwas Falsches zu sagen, meine Verankern Handrücken-Serie Mein Überaktives Kind Macht mich wahnsinnig Ich weiß einfach nicht mehr, was ich mit dem Bengel noch machen soll. So klagte eine Patientin, Frau C. Mir ihr leid. Sie war 36 Jahre alt, hatte einen guten Beruf und lebte mit ihrem 13-jährigen Sohn und der 11-jährigen Tochter alleine. So gesehen verlief das Leben der Familie in recht geregelten Bahnen. Zwar war das Geld manchmal etwas knapp, aber Not musste man nicht leiden. Schade war, dass der Vater, der einigermaßen pünktlich den Unterhalt für seine zwei Kinder zahlte, sich sonst wenig um die beiden kümmerte. Er war zwar recht nett zu seinen Sprösslingen, aber nicht wirklich interessiert. War er mal mit ihnen verabredet, versetzte er sie oder vertröstete sie auf einen anderen Termin, den er aber selten einhielt. Waren die Kinder mal bei ihm und seiner Freundin, wurde eigentlich nie etwas mit ihnen unternommen, sondern der Vater telefonierte viel oder hatte geschäftlichen Besuch, sodass die Kinder überwiegend leise sein mussten. Trotz allem lieben die beiden Kinder ihren Vater heiß und innig. Sie entschuldigen ihn sogar vor mir, wenn ich auf sein Verhalten sauer bin. Mein Geschiedener und ich hatten uns in der Ehe eigentlich nur gestritten. Wir haben bis heute grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen von unserem Leben, der Arbeit und auch der Kindererziehung. Jetzt können wir wesentlich besser miteinander reden als in der Zeit des Zusammenlebens. Wir sprechen nun auch über die Probleme mit unserem Sehsohn. Der ist seit seiner Geburt nämlich überaktiv und stellt seit seiner Kleinkinderzeit eigentlich pausenlos etwas an. Als Baby konnte man ihn kaum auf dem Arm halten, so strampelte er herum. Wollte ich Kartoffeln schälen, musste ich ihn hochsetzen, damit er mir nicht alles Erreichbare abräumte. Gingen wir mit ihm einkaufen, hielt ich ihn am Oberarm fest, nicht etwa an der Hand, damit nicht genügend Spielraum blieb, dass der Bursche in Windeseile die Regale leeren konnte. Später absolvierte unser Sohn mehrere Schulen. Es ist jedes Mal ein Riesentheater, weil keine Schule ihn behalten will. Dabei ist mein Lars ein intelligenter Bursche, hat ein gutes Herz und eigentlich einen lieben Charakter. Und jetzt ist er ständig mit Freunden unterwegs, die mir gar nicht gefallen, denn immerzu wird etwas ausgeeckt, werden beispielsweise Motorräder zusammengeschraubt mit Teilen, die gewiss nicht in einem Geschäft erstanden sind. Für solche Sachen könnte ich noch unzählige Beispiele anführen. Was soll ich bloß tun? Fragte meine Patientin ziemlich resigniert. Warum ist er so und meine Tochter genau das Gegenteil? Sie ist brav und sonnig, fleißig und schamiland. Ich fragte nun gezielt nach der ganzen Vorgeschichte. Wie verlief die Zeit der Schwangerschaft? Was ging in Frau C. dabei vor? Wie stand es um ihre eigenen Idealvorstellungen, ihre Wünsche, Träume? Was war davon übrig geblieben und was war verwandelt in Enttäuschung, Bitterkeit, Resignation? Es stellte sich für mich rasch heraus, dass es erst einmal wichtig war, die Lebensblockaden für Frau C. selbst aufzulösen. Nur dann konnte sie die Mutter sein, die ihr Sohn braucht. Der Grundstein für die gesamte Problematik war offensichtlich bereits in der Schwangerschaft gelegt worden. Frau C. und ihr Mann waren nicht verheiratet gewesen und auch nicht darauf eingerichtet, ein Kind zu bekommen. Ja, sie trennten sich in dieser Zeit sogar. Frau C. lebte dann mit ihrem Kind im Bauch gefühlsmäßig, aber auch materiell, ausgesprochen unsicher. Sie wusste damals einfach nicht, wie alles weitergehen sollte. Erst zum Ende der Schwangerschaft fand man wieder zusammen und heiratete später, als bereits ein zweites Kind unterwegs war. Aber auch die Ehe war ein ständiges Auf und Ab, begleitet von Traurigkeit, Missverständnissen, einem Selbstmordversuch von Frau C., Trennungen und neuen Versuchen, miteinander auszukommen. Heute sah es so aus, als hätte Lars diese ganze Problematik geschultert und müsste nun mit den Symptomen fertig werden. Frau C. war damit einverstanden, erst einmal eine Auflösung ihrer eigenen Probleme in Angriff zu nehmen. Das gelang uns gleich innerhalb der ersten zwei Sitzungen. Danach lernte ich Lars kennen. Diesem intelligenten, offenen Burschen erklärte ich unsere Methode, die er auf Anhieb verstand. Auch ihn habe ich bisher zweimal behandelt. Der Familie geht es jetzt deutlich besser. Zwar ist Lars immer noch ein Temperamentsbündel, aber er selbst kann nun seine eigenen Handlungen anders beurteilen und hat sie viel besser unter Kontrolle. Wir wollen allerdings noch weiter an diesem Thema arbeiten. So stehen zielgerichtetes Handeln, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, ruhiger, kluger Einsatz der Kräfte und stressfreier Umgang mit Lehrern und Mitschülern noch auf dem Behandlungsprogramm. Behandlungsablauf Die Mutter Behandlungsablauf Die Mutter einstimmen auf das Thema, Gefühlsprobleme in der Schwangerschaft zu muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich mich während der Schwangerschaft zu verlassen gefühlt habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient hatte, mich in der Schwangerschaft behütet zu fühlen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Verlassenheitsgefühle in der Schwangerschaft Meine Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, fehlende Freude auf das Kind, du musst klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich mich auf das Kind nicht freuen konnte, hebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient hatte, mich auf das Kind zu freuen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine fehlende Freude auf das Kind, meine Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Unsicherheit und Verzweiflung während der Ehe muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich mich in der Ehe oft unsicher und verzweifelt gefühlt habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient hatte, mich in der Ehe sicher zu fühlen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Unsicherheit und Verzweiflung in der Ehe, meine Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Existenzängste, die muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich oft Existenzängste habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Existenzängste zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Existenzängste, meine Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Verlassenheitsgefühl, die muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich mich oft recht einsam und verlassen fühle, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, mich weniger einsam zu fühlen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Verlassenheits- und Einsamkeitsgefühle, meine Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Ärger über meinen Sohn, die muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich oft ärgerlich über meinen Sohn bin, weil er so viel anstellt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Ärger über meinen Sohn zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Mein Ärger über meinen Sohn, weil er so viel anstellt, mein Verankern Handrückenserie Einstimmen auf das Thema, Wut auf meinen Sohn, die muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl ich manchmal regelrechte Wut auf meinen Sohn habe, weil er immer Probleme macht, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, ohne Wut auf meinen Sohn zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Behandlungssatz Meine Wut auf meinen Sohn, wegen der Probleme, die er immer macht, meine Verankern Handrückenserie Behandlungsablauf Das Kind Behandlungsablauf Das Kind Einstimmen auf das Thema, Ärger der Erwachsenen über mich, die muss klopfen. Ich liebe, glaube, vertraue, ich bin dankbar und mutig. Vorbereitungssätze Erstens Obwohl sich die Erwachsenen immer über mich ärgern müssen, weiß ich, dass ich ein cooler Typ bin. Zweitens Obwohl ich es nicht verdient habe, dass die Erwachsenen sich nicht über mich ärgern müssen, weiß ich, dass ich ein cooler Typ bin. Behandlungssatz Der Erg